es ist sonntag es ist 15 uhr und wer unsere facebook seite verfolgt hat weiß wird wir heute die nächsten den nächsten teil unseres british battleship diaries veranstalten oder ausstrahlen live wie immer mit dabei ist heute captain schanos der mich jetzt die nächsten zwei stunden begleiten wird grüßt euch und ja wir sind stehen geblieben bei der queen elizabeth bei 10.765 erfahrungspunkten und ja wir machen da natürlich jetzt weiter gut wir sind schon in der division ich suche mir hier schnell noch eine nette lackierung aus nehmen wir mal die blaue lagune mal gucken so ich bin da schon gefechtsbereit nebenbei starte ich mal facebook damit wir hier miteinander interagieren können so nehmen wir mal die blaue lagune gut sechser sechser passt feuer frei können wir gleich loslegen koffi hat bis jetzt ein schönes wochenende und der iphone kommt jetzt quasi 15 bis 17 uhr und ich möchte gleich darauf hinweisen um 20 uhr bis 22 uhr werden wir heute den 14 teil aufstrahlen das ist jetzt der 13 und der 14 ist halt dann heute abend hoffe dass ihr wieder so zahlreich dabei sind wie in den vergangenen streams hat uns immer eine menge spaß gemacht mit euch ja zusammen zu schreiben auszutauschen teilweise sind wir auch zusammen gefahren also wenn ihr heute wieder bock darauf habt miteinander oder dass wir dann können wir euch hier auch ins teamspeak mit reinziehen dann kommt ihr mit in unsere divi denke mal das ist eigentlich doch eine ganz coole geschichte ganz coole geschichte so fangen wir ja super an epizentrum auf dem dreizack ja naja gott erstmal rein in die in den äußeren kreis zumindest ich weiß mal stur geradeaus auf die kleine insel im äußeren kreis da so mache ich auch kann man sagen das mache ich auch bis die queen hier sicher bewegung gesetzt hat da geht ja schon mal ein bisschen was so bis ihr hier gefecht entwickelt naja wir fahren grandiose 22,2 knoten ist immerhin 1,2 knoten schneller als ich ja dann fahren wir quasi um die wette so ein bisschen je nachdem ich darf dann bloß nicht so viel lenken dann hast du auch eine chance steuern tschuldigung lenken tut man ja nicht das war new york haben wir überhaupt queen queen new york irenduke kongo so schönes gefecht eigentlich für ein sechser genau in der mitte von der tierstufe die einzigen siebener beim gegner ranger indianapolis akatsuki und da hinten kommt eine iron duke die ist für mich gerade noch hinter der insel reizseite ap ich schieße hier ich schieße mit ich schieße mit der queen immer ap granaten weil ich hier auch nicht so eine hohe anzündwahrscheinlichkeit habe mit mit der queen als wie mit der iron duke also eine duke ist ja überhaupt kein problem bis auf 40 über 40 prozent zu kommen mit der queen da hast du nur 32 also quasi der standard in battleship ja da kommt in new york die nehmen wir doch dankbarerweise noch mit uns gleich passt so eine breitzeit auf die new york und die kommen gut die kommen gut yes 98 98 und jetzt sieht die iron duke schon die nächste für mich ich richtig kanonen aus elf sekunden bis zur nächsten breitseite und der flugzeugträger kommt hier auch wobei der fährt nicht hier hoch die türme zeigen gar nicht zu uns jetzt das waren schon mal 24 9 nach dreieinhalb minuten spielzeit da ist die la galone da ist eine kongo die brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und brennt freut jetzt auf mich eigentlich hätte ich das gar nicht machen müssen ist eigentlich dumm ist nur ein reflex gewesen ich fahr jetzt hier vorne rein das ist irgendwie ein fehler habe ich das gefühl ich ziehe so ein bisschen um die insel mit rum ja wenn du dich mit präsentiert wäre das super dann haben wir haben sie schon mal doppelte ziele obwohl du hast die gesamte flotte im rücken hier fast weil ich stehen bleiben ich werde mal gas geben nicht stehen bleiben ist das schlimmste was du machen kannst so in der polis und lasse klappern bitte jawohl zitadelle 20.000 ich wende jetzt sie wendet jetzt auch so new york müsste torpedos fressen und sie frisst aber auch richtig zitadelle 20.000 weg das war's mit der new york yes sehr schön gemacht sehr schön gemacht so da ist eine lagalone sieben sekunden bis zur nächsten salve sie dreht ab ja ich muss warten bis sie na komm lagalone dreh dich also die indianapolis noch mal auf korn nehmen ja eine salve geht noch hin ok dann lass ich dich erst mal schießen ich muss jetzt aber hier mal in die mitte rein fahren damit der zerstörer hier nicht cappt da ist die akazuki aber ich fahre gerade zwei queen elizabeth in die arme ich drehe jetzt auch in richtung base in richtung cap kreis da kommen torpedos sollte eigentlich gehen ich bin ja hier ganz außen so da ist die ranger da unten die habe ich jetzt auch gleich in range im wahrsten des wortes ich werde jetzt hier zerschossen wenn ich so weiter fährt dann yes zwei zwei durchschläge ja hat kassiert aber das war noch leider nicht so erfolgreich wie ich das mir erhofft habe über penetration glaube ich die fährt einfach so weiter ist die dumm oder was jetzt nochmal 37 aber richtig hart getroffen habe ich sie bis jetzt leider nicht da kann ich nichts mehr machen das war es mit mir oh das ist bitter ja sehr bitter ja obokki cappt hier hoffentlich noch gut dann schieße ich jetzt hier mal auf die schiffe die wirklich ein faktor sind um das spiel hier zu gewinnen oder zu verlieren ja queen elizabeth königsberg da oben und da ist auch noch irgendwo eine akazuki oder was es war ja ja 36 nochmal runter attention please ja komm königsberg komm königsberg und komm 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 yes 5 7 aber ein bisschen zu früh eingeschlagen leider die königsberg yes down mein problem ist da oben noch eine akazuki ist die will mich jetzt gerne aufs korn nehmen wir kommen gleich ganz dicht vor dir rum da mhm soll er machen der hat abgeschmissen auf ihn verfehlt aber ah jetzt kann er aber nicht rum ziehen weil er einen lenken musste wegen den tops also vor dir kommt er nicht rum wenn dann hinter dir jetzt gleich ja er ist weg ah zeit verschwendet aber egal mhm turmdrehung meinst du ne mhm aber ist mir egal ich drehe jetzt einfach weiter zünd mich ruhig ein das macht mir nix als britte die runde ist schon fast sicher guck mal guck mal wo die gegnerische indianapolis da unten hin fährt der hat auch aufgegeben oder ja sehr schön ich konnte eben nicht schießen weil ich zu schnell gedreht habe mhm hallo Rainer schön dass du uns zuguckst grüß dich ich lese erst jetzt den chat bei facebook ähm wenn dir das gefällt was du hier siehst und möchtest du da noch ein paar mehr sehen fennig richtig klasse wenn du den artikel hier auf unserer seite einmal teilst in eine gruppe in der du das gerne teilen möchtest fennig richtig klasse von dir wo du das gerade sagst das kann ich ja auch mal eben machen mhm gerne weil umso mehr leute zugucken umso mehr spaß haben wir hier miteinander 68.000 in der runde ist eine gute eröffnung wenn ich mal die 100 prozent die lohnen sich ich bin auch ganz froh dass wir jetzt hier wieder eine vernünftigen stream qualität liefern können ich weiß nicht ob ihr am freitag zugeguckt hattet beim live stream da war es ja so dass äh von meiner broadcast software der plugin irgendwie nicht so richtig funktionierte und ich dann schnell noch eine alternative akquirieren musste dank nvidia dann glücklicherweise ähm relativ gut gelaufen ist nein ich kriege dafür kein geld äh es ist aber einfach so dass die software von denen relativ cool war ähm und mir das ermöglicht hat dass ich überhaupt am freitag auf facebook übertragen konnte ja und jetzt haben wir das über die broadcast software wieder hinbekommen und dann ist die qualität auch ähnlich also bei facebook ist sie halt in anführungsstrichen insofern schlechter dass sie technisch halt nur hd ready erlauben bei facebook kann da ein ganz anderes signal hinschicken aber funktioniert leider nicht anders hd ready ist das einzige ähm was bei facebook ankommen darf und ja wenn ihr full hd gucken wollt dann guckt er bei youtube vorbei oder bei twitch da kommt ein full hd signal an und das ist das gleiche bild so jetzt haben wir die runde fertig das war ja jetzt ja eher nicht mehr so spektakulär zum ende aber 200 citadelle hat gepasst auf der auf der new york war das glaube ich ne 3 flieger runter 5 6 für die eröffnung schon mal gar nicht so schlecht top 4 ist gut gelaufen 199 ja das geld nehmen wir auch gerne mit so so dann haben wir 16.381 erfahrung wie gesagt ihr seht das ist noch ein bisserl bis zur king george wenn wir da heute wenn wir da heute richtig aktiv sind wenn wir wir spielen ja jetzt wie gesagt bis mindestens 17 uhr und dann heute ab 20 uhr nochmal eine runde und ja mal gucken wie erfolgreich unsere runden sind ich weiß gar nicht wie viel lackierung habe ich eigentlich noch dann könnte man ja ja blaue lagune fahr ich nochmal die hat mir jetzt glück gebracht und dann gucken wir mal was habe ich hier die 50 prozent equal speed charlillon und davon habe ich ja noch eine ganze menge also von daher das nehmen wir immer wieder gerne mit ne die erholungszeit nach wasser einbruch die sparen wir uns mal ein bisschen aber die dauer des löschen für die löschen des brandes und india delta lassen wir auf jeden fall drauf man kann auf jeden fall hier schon sagen also queen elizabeth ist schon sehr sehr ähnlich wie eine wars bett glaube ich das was man von der wars bett bei anderen streamern so sieht ist ist ja sieht man ja auch schon vom aufbau her ist das schon sehr sehr ähnlich und das war jetzt ja gar nicht so eine so eine schlechte runde ich glaube ich hatte bis jetzt eine bessere runde der rest war so in dem bereich von daher ja also ich werde schon wieder soweit sascha dann kannst du hier nochmal einen netten dampfer aussuchen was wir jetzt auch gleich nochmal machen wollen ähm ich bin dazu übergegangen das seht ihr hier wahrscheinlich in der nelson äh in der in der line äh ich habe mir gestern die nelson organisiert seht ihr ja oben auch an der erfahrung ähm und wir werden jetzt noch ein queen elizabeth gefecht fahren und danach würden wir einfach mal ein nelson gefecht dazwischen packen es ist schon ein sehr sehr besonderes schiff und fährt sich speziell der zweite gefechtweite mit der er hatte waren dann gleich 130.000 damage oder 120.000 damage in der european community group ist da sind da die screenshots äh zu gepostet ähm ja wir arbeiten noch aktuell gerade an einem replay von jemanden clan fremdes das auch ne der dann kragen mit der nelson rausgepoolt hat würde demnächst bei uns auf dem youtube kanal veröffentlicht geben also die nelson ist kein schlechtes schiff aber nur in dem bereich wo sie funktionieren soll das ist ja wie das ist wahrscheinlich nichts neues was ich euch da erzähle aber äh viele schiffe funktionieren müssen haben eine bestimmte funktion oder die von war gegen die so ein bisschen vorgesehen ist wie man sie spielen soll wenn man ein gefecht hat wo nicht so wo man nicht so fokussiert wird mit den fliegern also fliegermäßig ist die nelson halt extrem schwach kann man einfach so sagen ich habe eine luftabwehr von 42 bei der nelson und da sollte man halt schon gucken dass man nach möglichkeit nicht von den fliegern gefokust wird oder halt jemand dabei hat der einen so ein bisschen beschützt ne erstes schiff sollte man auch nicht sein wer die dunkirk mag mag die nelson auch das kann ich sagen wohl die dunkirk liebe ich selber auch und deswegen ist das vielleicht das fazit von der nelson bevor wir sie jetzt gleich auspacken geld damit kann man auch ganz gut verdienen und so langsam mit 24 knoten fühlt sich das gar nicht an ist auch mal ganz klar zu sagen also ich hatte bis jetzt schon wirklich habe ich mit der nelson mal verloren bis jetzt sind ja erst vier oder fünf gefechte aber ich hatte immer eine menge spaß kann man wirklich sagen in allen runden in denen ich dabei war haben wir gewonnen ja und die eine runde wo du nicht dabei ist habe ich gestern auch gewonnen und dann haben wir nur gewonnen mit der bis jetzt ist natürlich dann bin ich natürlich auch so ein bisschen parteiisch sozusagen nicht ganz neutral ja lass uns mal zu a cruisen erst mal gucken was hier kommt sodass wir gegebenenfalls noch mal abdrehen und mal gucken wir sehen noch nicht genau ob wir so bleiben sollten weil gerade unsere truppe komplett zu c fährt wenn jetzt der gegner komplett bei a kommt dann haben wir ein problem ja hätten wir also ich positioniere mich so dass ich auch schon wieder abdrehen kann sag ich jetzt einfach mal ich schieße jetzt wahrscheinlich gleich mal auf die königsbe- wobei nö 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 bleib jetzt erstmal so ich bin schon entdeckt wir kommen ein richtung königsbe- wir haben nur einen zerstörer mal gucken wenn du jetzt schon entdeckt bist ich weiß nicht wie weit ist die arizona aufdeckbar ähm ja jetzt gerade weil ich geschossen habe 18km Moment ja das ändert sich ja auch alles demnächst 14km bin ich sichtbar mhm die Belfast hatte dich auch gedeckt die steht jetzt vorne im Nebel ja unsere Pensacola ist schon mal raus da freut man sich doch erstes Blut unvernichtender Schlag ach scheiße ich komm nicht ran an die Fuße so ähm nicht separieren wir müssen dringend zusammen bleiben weil wenn wir uns da separieren dann nehmen die uns da alle Freunde einzeln peu a peu raus die York die sollte da auch nicht rein fahren fährst du ein oder fährst du weiter die Richtung ne ich fahr zu dir jetzt komm jetzt zu dir dreh die Türme sodass wir eine Fluchtrichtung haben weil wir sind nur noch zwei Schlachtschiffe hier und eine York und da kommt eine Leander und eine Hatschi oder wie sie heißt Nachi so also das wird auf jeden Fall eine bittere Geschichte hier für die York auch gleich die ist gleich down das ist auch das grüne Schiff glaube ich ne was am schwierigsten zu erfahren war ja kann man so sagen ich äh hoffe jetzt dass die Leander den Kurs hält weil ich gleich mal auf die Leander ja sag ich doch York down ne naja ist total bescheuert wie konnte man da reinfahren das konnte man doch vorher schon sehen dass das nix wird die Leander hab ich gleich bereitseite vor der Nase ja ich hab grad auf die Leander geschossen war nicht entdeckt die Salve ist unterwegs und krabumm zweimal ja hab ihn auch getroffen allerdings nicht so gut wird jetzt hier gefokust ja hau bloß ab nimm die nimm die Insel als Deckung ja fahr wieder vorwärts wir können nix machen ich kann dir langsam rückwärts ja ich sehs die Belfast ich schieß lieber auf die Belfast ja die dreht leicht ab ich hab jetzt extra ein bisschen höher gezielt da ist die Abnashi ja komm hau hier lass uns bloß abhauen hier so da ist die Abnashi ja ja ich muss ja weg von der Belfast ja ganz dringend ne na jetzt dreht sie noch mehr zu mir hier sind Torps aber die sind für dich kein Faktor nee fahr ich jetzt hier vor und schnapp mir die Abnashi ja da hab ich grad drauf geballert und die kassiert jo Zitadelle 18 das hat aber gerappelt bei der ja ich komm jetzt hier um die Insel rum ja wenn du um die Insel rum kommst dann torpt sie dich ne vergisst das nicht die hat gute Torps das ist ja eben eine Yoko also von daher 10 Kilometer kommt sie ja hau sie weg ja super vielleicht hast du Glück gehabt und die konnte gar nicht torpen so jetzt stehe ich aber hier oh je das war's aber Leander Belfast Fuso und ein Zerstörer hätte ich vielleicht nicht tun sollen ich schieße auf die Leander kommt gut ja 7-1 auf der Leander oh ich geb der Belfast mal einen mit ja warum bist du da rein gefahren ja ich weiß manchmal wird man zu Sachen gezwungen die man nicht tun sollte aber ähm ich kann weder auf die Belfast vernünftig schießen ja du bist eh down ja ich hau hier ab ich bin nicht entdeckt ich werd das erstmal nutzen dass ich nicht entdeckt bin muss ich ganz ehrlich sagen damit man hier da nicht alleine gefokust werde gut wir haben gleich zu Anfang zwei Kreuzer bei Aferroren natürlich das war das was da gelaufen ist das war schon wieder das konnte man auch nicht als Schlachtschiff auffangen ja muss man einfach so sagen ähm ich bin jetzt entdeckt von was oder wem ist dann die Frage ja genau ja nochmal 3000 ich hau mal ein Heal rein weil ich ein bisschen Energie rückgewinnen sozusagen Trefferpunkte ah die York dreht leider ab naja oh Belfast haut ab Fuso knallt mich gerade von hinten 4 3 ja Problem ist mit der Queen Elizabeth ist das gleiche Problem wie mit der Warspite sie hält einfach nicht so viel aus er hat du kannst hier ein bisschen was reparieren und so weiter aber prinzipiell solltest du naja mit welchem Schlachtschluss solltest du ist ja bei der Fuso genauso Breitseite ist bei der Fuso auch ein Problem oder für die Fuso ein Problem ja die Warspite ist doch meine ich im Prinzip eine Queen Elizabeth ja das sind das sind Schwesterschiffe auch nochmal getroffen aber nicht doll unter HE brauche ich hier nicht schießen weil du halt hier keine hohe Brandwahrscheinlichkeit hast also das ist halt das einzige Schiff was bei den Briten keine hohe Brandwahrscheinlichkeit hat jetzt kam das von Ahud wahrscheinlich gerade rüber hier geflogen ach man das hat das ist eine doofe Situation so ein bisschen und wieder gleich Reparier-Kit hier rein Reparatur-Mannschaft so Out of Range für die Fuso aber da kommt garantiert von Ahud gleich noch was wenn sie mich wieder sehen sollte aber ich kann auch auf nichts schießen im Moment vielleicht nutze ich die Chance mal dass ich unentdeckt bin dass ich hier wende ja die lernen da auch down auch wieder so ein Ding ein Kreuzer alleine fährt vor ah da kommt Torps laufen die jetzt aus oder laufen die jetzt nicht aus die müssten eigentlich warte Moment wo können sie herkommen die kommen von ah Belfast wahrscheinlich Belfast hat keine ne ne die hat ja gar keine stimmt ja ja könnte es sein ein Zerstörer könnte es sein Zerstörer lebt keiner mehr Stimmt hast du recht ja die laufen sind ausgelaufen sind ausgelaufen ach ja 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 der Chat zeigt sich hier schon wieder von seiner besten Seite und beleidigt sich fröhlich ja ja das ist immer so ne wenn wenn man am Verlieren ist dann verliehen die Leute auch gleichzeitig die Nerven ja anstatt einfach konzentriert weiterzufahren und das Beste aus der Situation zu machen heißt es dann immer ihr alle ihr seid ja alle doof oder keine Ahnung was das sind wahrscheinlich dann auch die höflichsten Worte ja da war die Hood einmal bereit seid ihr die rückwärts fährt mal gucken ob wir damit was erreichen können zum Thema Flamerei im Ingame Chat hört man ja dass es auf dem nordamerikanischen Server viel viel schlimmer sein soll wie hier auf dem ja soll es und ähm da wird es auch noch toleriert von Wargaming also da wird sich wirklich so wie man es hört auf aufs bis aufs Blut beleidigt boah ey ganz ehrlich was was haben die Leute davon ich verstehe das nicht ich kann es ich kann es auch nicht verstehen jeder klar jeder regt sich mal auf aber ist ganz normal aber auch mal vielleicht versuchen dem Team eine Anweisung zu geben na klar dafür hat man den Chat aber da irgendwie unter einem bestimmten Niveau sich zu bewegen das muss einfach nicht sein ja was denkt ihr denn wir haben ja einige neue Zuschauer auch bei Facebook bekommen was denkt ihr denn zum Thema Chat und die Schreibweise von manchen Leuten im Chat gerade dann in den Niederlagen wird ja immer gerne boah ey die Hood die fährt aber einfach geradeaus weiter ne sie fährt die ganze Zeit einfach geradeaus weiter ich schieße hier die dritte Breitzeit jetzt auf sie ab und hab sie nur noch nicht vernünftig getroffen jetzt 9 8 die interessiert sie gar nicht für mich muss man nochmal danken annehmen sowas fährst gleich aber auch noch vor dir in die Range von der Gneisenau da Gamer nochmal 11 6 hoch ich rette hier gerade mein Spiel so ein bisschen nachladen bitte Leute oh jetzt schießt sie mal auf mich glaube ich ne auch nicht ah sie wollte unbedingt die Gneisenau kassieren oder will unbedingt die Gneisenau kassieren Problem ist ich hab sie jetzt jetzt hab ich einen ganz beschissenen Winkel zu ihr na jetzt dreht sie sowieso gleich ja das wissen wir ja schon ich fahr einfach mal weiter mal gucken was wir hier noch reißen können kommt davon die Tops irgendwas an ne die laufen aus ich werde auch nochmal auf die Gneisenau ballern machen mal einen kleinen Anlauf hier naja 1 8 nix tolles mal gucken wer mich jetzt noch rein zwirbelt die Hood ist die konzentriert sich nicht auf mich mal gucken ob wir der York noch eine verpassen können ja die Hood schießt gerade auf unsere York mal gucken ob ich jetzt vielleicht sogar zu optimistisch vorgehalten habe aber die York die fährt volle Kraft jetzt dreht sie erst das könnte auf jeden Fall rappeln oder ne schade ein bisschen ein Zentimeter im Bildschirm sozusagen zu viel vorgehalten da ist die Belfast die nebelt sich ein und jetzt bin ich im Beschuss von der Belfast na jetzt fährt die York aber nein komm 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 ist doch nicht wahr habe ich das vermasselt das war eine riesen Chance da habe ich die York vielleicht sogar naja jetzt machen wir ach jetzt ist das Gefecht vorbei schade jetzt wollte ich gerade sagen jetzt mache ich es aber besser und wieder ein Dreadnought kassiert ne Alter das ist ja vierte Dreadnought heute oder sowas also nicht mit der ich spiele schon ein bisschen länger jetzt nicht gerade erst die britischen Schlachtschiffe aber ähm ja naja cool also wie versprochen fahren wir jetzt als nächstes die Nelson einmal in diesen British Diary geht es halt ausschließlich um britische Schlachtschiffe wir hatten jetzt bei dem vorletzten Stream auch mal einen Zuschauerwunsch erfüllt da wollte er unbedingt die Bismarck sehen da haben wir mal einige vielleicht die Bismarck ausgeführt also wir gehen auch gerne auf eure Wünsche ein habt ihr Bock mit uns zusammen zu fahren immer her damit schreibt uns hier optimalerweise eigentlich bei YouTube weil das ein bisschen schneller vom Chat her funktioniert ich habe beim Facebook Stream auch schon mitbekommen dass manche Sachen ich erst sehe wenn das eigentlich schon eine halbe Stunde her ist das habt ihr geschrieben habt ganz komisch irgendwie ist nicht so live wie ich das manchmal erwarte ähm ja also wie gesagt wenn ihr mit uns mitfahren wollt wir haben Platz in der Division frei holt ein Sechser, Siemer Schiff solltet ihr ready haben Teamspeak-Adresse und so weiter findet ihr auf jeden Fall bei YouTube in der Beschreibung hier würden wir sie euch auch irgendwie zukommen lassen dann in-game mit dem In-Game Namen dann würden wir das dann euch schreiben ja also wie gesagt das könnt ihr euch ja überlegen wir packen jetzt einmal die Nelson aus da ist der Dampfer wir haben jetzt Flaggen kassiert Dreadnought Dauer bis zum Löschen des Brandes 20% 10 Flaggen nehme ich gerne mit so ich habe hier Mr. Jack Dunkirk drauf aber ich habe mit der Nelson ganz bewusst nicht die Turmdrehzeit geskillt die bei dem Jack ja besser ist als bei anderen Kapitänen weil man hier ja die Drehzeit ein bisschen erhöht hat und genauso ist ja hier 1000 Sasa der bessere Skill habe ich aber auch nicht geskillt also bis jetzt zumindest nicht da muss ich mir noch überlegen ich habe jetzt hier Schussalarm da braucht man ein Schlachtschiff Adrenalinrausch natürlich sowieso bei Schlachtschiff dann bei den Briten HE noch ein bisschen die Brandwahrscheinlichkeit erhöht und natürlich Tarnungsmeister ganz wichtig dass man als Nelson nicht als Erste mit aufgeht daher habe ich das jetzt so gebastelt ich zeige euch mal kurz die Module die ich eingebaut habe ich habe hier glücklicherweise da war das jetzt auch im Stream ich glaube Episode 8 oder so da habe ich eine Schadensbegrenzungsteam Modifikation 1 bekommen das erhöht die Einsatzdauer des Schadensbegrenzungsteam um 40% das heißt das sind nicht mehr 10 Sekunden sondern bei mir sind es jetzt 21 Sekunden also das heißt 21 Sekunden danach alles lösche Wassereinbrüche bekämpfe und so weiter dann natürlich die Zielmodifikation dann der Chance Begrenzungssystem Modifikation natürlich und da die Nelson oft steht und nicht viel fährt die Antriebsmodifikation anstatt die Rudermodifikation die Ruderstellzeit hier ist für mich mit 14,9 Sekunden vollkommen in Ordnung und dadurch, dass man vorne so eine lange Schnauze vor sie her schiebt wie so ein Mercedes oder so ist das auch gar nicht so kommt ja gar nicht so zum Tragen dass die Ruderstellzeit so ein bisschen träge ist aber was labere ich jetzt hier so viel rum wir sind beide Siebener fertig mitgeschrieben hat keiner weiter bis jetzt also von daher schmeißen wir einfach mal die Nelson rein ich hoffe natürlich jetzt, dass wir ein vernünftiges Gefecht euch präsentieren können in der Vergangenheit der Mercedes unter den Schlachtschiffen naja, so ungefähr, die Motorhaube ist so lang bei dem Ding ja, also man könnte auch sagen Reus Reus, um beim Briten zu bleiben, weißt du ja, Gefecht haben wir schon mal mal gucken, was er jetzt hier so gefunden hat ja, ist ein ausgeglichenes Gefecht, wie ich das beurteile Kutuzov Atago da werde ich die beiden zusammen aber dann kann ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie der Superheal funktioniert bei der Nelson muss man immer schön cool bleiben selbst wenn man dreifach brennt, kann man das hier immer noch locker wieder hochheilen auf zwei Drittel Energie oder so von daher bloß schön entspannt hier rumschippern ich fahrt geradezu auf die kleine Insel und werde mich da erstmal so ein bisschen positionieren also wie gesagt fahrweise ist wie eine Dunkirk das kann ich ganz gut vergleichen ich habe mit der Dunkirk beim gewetteten Gefechten knapp 50 Gefechte, 45 Gefechte irgendwie sowas die habe ich eine ganze Zeit jetzt in den letzten Season gefahren hatte damit auch ziemlich viel Spaß und im Zufallsgefecht habe ich nochmal so 22, 23 Gefechte also ich weiß ungefähr wovon ich rede wie meine Dunkirk fährt denke ich zumindest einfach mal und das coole, was ich hier viel cooler finde als bei der Izumo zum Beispiel mit der Izumo bin ich ja zum Beispiel nicht so gut klar gekommen die ist aber auch noch zwei, vier Stufen höher ist halt die Türme sich alle vorne rum drehen alle drei das heißt, wenn ich leicht angewinkelt fahre, kann ich neun Mumpeln raushauen das ist eigentlich eine ziemlich angenehme Fahrweise so, die Gehle soll mal hier schön Gas geben und das Schießen sein lassen die Pilze kann es ja andermal sammeln ja, der beschießt da die Insel ja, keine Ahnung, was das wieder soll ja, das Ticken träge jetzt gerade ich wollte eigentlich gar nicht so ja, ich bin jetzt entdeckt jetzt nicht mehr ok, wieder ich auch jetzt, was könnte das sein Zerstörer, irgendwo zwischen den Inseln wahrscheinlich ja, Land oder Mars da ist ne Fidschi da ist ne Fidschi ja, aber da ist ja eine Fidschi welchen Film erinnert uns das? da heißt es aber, da ist ja ein Batman also hier, wo ich ja richtig Bock drauf hätte ist bei der Nelson so ne Sonderlackierung wie bei der Dunkirk die da erspielbar war so eine bloß halt mit britischen Flaggen oder ja, das wär auch ne geile Nummer, find ich die Turmdrehzeit ist wie gesagt nicht geskillt ich persönlich find sie für ein Schlachtschiff ziemlich geil aber wir kriegen hier links ziemlich viel Besuch hast du ne vernünftige Flugabwehr auf der Scharnhorst? mittelmäßig Reichweite viereinhalb, die längste aber ich dreh doch mal zu dir rüber naja, ich hab jetzt einfach mal grob geschätzt wie die Nagato fahren könnte die war grad noch sichtbar, die Granaten kommen gar nicht so schlecht die brennt schon wie die Hölle hat aber dann nochmal ein bisschen was kassiert aber leider, ja gut, wenn man schon sowieso 1000 Brennen drauf hat dann ist das sowieso ziemlich schwer wieder anzuzünden ich fahr jetzt ich fahr jetzt rückwärts ich versuch da unsere Independence zu fokussen würd ich auch meinen ganz am Rand lang, also entweder dreht er gleich auf uns ein oder er fliegt zur Independence naja, schade, da kann ich nicht mehr rüber kommen ich überlege jetzt gerade, wie ich weitermach weil, macht eigentlich keinen Sinn also von der Masse ein Stück her, sollten wir rüberfahren ja, seh ich auch so ich fahr erstmal ein Stückchen rückwärts stell meine Ruder ja, da kann man genug anzünden so, ich bin schon wieder im Vorwärtstrieb ich hab hier dieses Beschleunigungsmodul drin das heißt mit rückwärts ausparken und wieder einparken geht hier relativ gut ich mach da mal kurz Viertelkraft und warte ein bisschen auf dich ich bin schon fast wieder im Vorwärtstran jetzt gebe ich schon wieder Gas also so ein bisschen, wie kann man das sagen die Nelson fährt sich auch ein Stück weit so ein bisschen wie durch dieses Antriebsmodul eben ein Stück weit wie ein super schwerer Kreuzer könnte man meinen ja, durch die 14 Sekunden Ruderstellzeit oder ein bisschen fast 15 vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Geschichtsinteressierten unter euch der vielleicht zu der Funktionsweise der Nelson kann man wissen, warum sie gebaut wurde oder wofür sie verwendet wurde was sagen das Einzige, was ich darüber weiß ist, dass sie nachher davon mindestens zwei Schiffe gab da bin ich mir sicher und dass sie in der Atlantikflotte eingesetzt werden sollte so, hinten kommt eine Nagato rum ja für mich noch hinterm Berg ja, für mich auch noch hinterm Berg aber ich schieße gerade da hinten auf King George ich nehme mal, ich fahre mal nur viertel Kraft das Problem was ich jetzt habe, ist das, was man mit einer Nelson nicht haben sollte von der Seite, ne? ich habe sie noch nicht von der Seite wenn ich nahe Rand fahre an Berg aber wenn sie hinten rumkommt habe ich ein riesen Problem ja aber jetzt nur für die Nagato einzudrehen wäre auch sinnfrei eigentlich ja, ne mache ich nicht ich komme zu dir, bleib bei dir und sie konzentriert sich viel mehr auf die Fiji, Scharenhorst und Prinz Eugen da hinten und die Gede sie muss Torps ausweichen wahrscheinlich vorfahren sollten wir jetzt auch nicht weiter weil wir sonst gleich von links die Kutuzov und die Atago in der Seite haben na gut, irgendwas müssen wir machen jetzt bin ich entdeckt von Fliegern so, King George ist da und fährt mir genau in die Range rein kann ich aber nicht wirken drauf noch nicht noch nicht, ja Kutuzov orientiert sich auch in Richtung Nagato und die Nagato wird behakt von Torpedobomber und Brandbomber so, jetzt kommt hier die King George raus da ist eine Atago so, dann gehen wir mal Gas ich lege einen Rückwärtsgang ein und die fährt mir genau in die Mumpel rein hat jetzt aber noch nicht mit Anzünden gereicht war ein bisschen optimistisch vorgehalten so, die Atago hält direkt auf die ich packe schon mal ich schieße einmal HE so, lad jetzt AP rein wenn die Atago vorkommt guck mal, wir kriegen Besuch von links Mars Mars auf 6 Kilometer Scheiße, und ich habe jetzt keine HE-Granaten sondern ich mach mal Small Profile zum Mars ich treffe auf die Mars aber ich muss jetzt gucken, dass ich vorwärts fahre ne, ich gehe auf die Atago die Mars, die kriege ich sowieso nicht oder überpenetriere die extrem da kommen die Torps ja, die Torps sind für mich kein Faktor ja, kommen wir auch nach oben so, Atago na, war das jetzt jo, Zitadelle auf der Atago fast down komm, mach sie, mach sie ready ah King George down so, ich brenne so, ich brenne aber jetzt warte, ich hab die Mumbe gleich ready schießt du? ja, ich schieß ok Atago ist weg wer auch immer sie gekriegt hat ja, ich schieß äh, auf die Bayern ja, ich fall's aggressiv drauf zu ja, mach ich auch da sind noch Torps im Wasser aber das macht für mich nichts mehr ja, ich hab mich bei der Bayern total verzielt hab ein bisschen zu wenig vorgehalten stell jetzt wieder um auf HE-Granaten und ich hab fast nur gar keinen Treffer hier kassiert 23.000 ist jetzt auch nicht gerade das, was man mit nahmen oh, da ist eine Leander und ich hab noch eine Salve HE ne, die dreht ab die Bayern ist das bessere Ziel für mich einmal nochmal einen neuen Mumpel rausgerotzt 406 Millimeter mal gucken, was wir auf der Bayern machen können ich hab extra ein bisschen höher gezielt 3.9 nicht doll so, New Mexico dreht jetzt ab das ist schlecht dann bin ich hier gleich alleine ne, komm zu dir ich komm zu dir oh, Queen Elizabeth die kassiert auch immer ganz gerne oh, HE ist unterwegs so, Bayern brennt ja, wie ein Elizabeth brennt na gut, die Mars, die macht das clever eigentlich eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen, ne so ein bisschen eigentlich nicht, aber weil wir hier nur die Base verteidigen wobei, ja gut, verteidigen ist ja auch nicht so schlecht, aber naja, also Queen Elizabeth hat wieder gelöscht lohnt sich da nochmal eine HE-Schelle raufzuschmeißen? ja, also ich schieße gerade AP, weil sie so nah dran sind ja, ich geh dann auf die Bayern die dreht grad mal gucken, ob ich mich jetzt besser anstelle oh Gott oh 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 da kommen, da kommen, da kommen Bomber und zwar einige Bomber ich hoffe mal sie gehen nicht auf mich aber dann war es das mit mir nö, nö, die kommen direkt zu mir im Moment kommen sie direkt zu mir nö, wir wollen die Artago lieber angreifen, was ist das denn für ein bescheuertes Plan ja, ein ne, noch nicht, er hat abgedreht ich bin jetzt extra zur Queen Elizabeth ran gefahren, die hat zwar jetzt auch nicht unbedingt die Welt äh, Luftabwehr, aber zusammen ist man immer noch stärker hab ich mir gedacht so, die Leander torbt mich hier wahrscheinlich gleich weg Peter Dell auf die Leander naja, ich bin so ein bisschen nervös wegen der Master hinten ja ich hab Beschussalarm naja da soll er mich doch abfackeln, das ist doch für mich lächerlich, da lach ich doch drüber Einzelburg anfangen darüber nachzudenken, so richtig Probleme zu bekommen bei so viel Energie au, Torpedos ne, für mich kein Faktor, doch für dich ein Faktor, du meinst deine Torpedos ich mein, da meine ich ja so, das heißt aber wenn ich die Leander jetzt aufkläre, müsste es das mit ihm auch gelesen sein ja oh, ich hab den 25 Sekunden Montpell ready wenn die Bayern mich nicht vorher rausnimmt ja, und die Bayern fackelt ja, und die Bayern fackelt na, wo ist denn die Leander? da ist er ach, hast du schon ach, hast du schon, alles klar ich hatte da noch mal mit drauf geballert oh, die brennt schön die Bayern brauchst du auch nicht mehr beschießen er ist schon down, sehr schön so, jetzt geht's zum Mars so, Torpedos gedodged haben wir hier Mars genommen nur die Frage, schau ich es hier noch gegen zu retten oder brenne ich ab? ne, die fährt doch doch zu weit vorgehalten ey, ich hab aber heute auch der Zielwasser hab ich heute schon verbraucht, sag ich das Gefühl ja, brennt und ich glaube, die hatte gerade repariert, ne? die Mars? ja ne, die hat jetzt repariert hat hier nochmal ein paar Tops gesetzt naja, jetzt macht die jetzt mach ich mit der Nelson hier einen Top genau Flugzeugträger hat verstanden, alles klar spotte mal bitte das wär super macht er gut das ist halt das Tolle, wenn du dann wirklich doch im Team etwas Mast eine Galant da hinten bei uns im ja, ich fahr in die Richtung ich kann ja nicht wissen, was die Mars macht da kommt noch ne Kutuzov 860 Leben kann aber gleich wieder reparieren mal gucken ja, Kutuzov hat jetzt fährt hinter die Insel lächerlich 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 und brennt wieder und gut getroffen jetzt weiß ich nicht, ob sie weiter brennt aber sie ist da gegen die Insel gefahren die Tops verweilen die gehen alle vorbei, weil die vom Flieger aufgeklärt wurden die brennt leider nicht mehr, die Mars fährt rückwärts elf Sekunden noch, bis ich wieder schallern kann das hat doch gepasst so stelle ich mir das vor ach, jetzt habe ich viel zu früh geheilt viel zu früh geheilt viel zu früh das ist halt das, was man aus Torpedos ja, checkt einen habe ich mitgenommen Müssten die von der Gallant gewesen sein ja, genau ja, sobald er aufgeht, müsste ich ihn eigentlich beschießen können ich bin auch schon entdeckt ich habe ihn irgendwo vor der Nase ja, ich bin auch entdeckt ich war zuletzt an einer Küstenlinie da ist sie na komm, was machst du? alles daneben links und rechts hm, zu kurz weißt du was? aber gut eigentlich müssen wir es nur nach Hause tragen drei Minuten lange naja, man müsste halt nur zur Base runterfahren ja, es ist nur drei Minuten vorbei und wir führen hallo Frank schön, dass du den Weg hierher gefunden hast so, da kommt eine Kutus auf ich stelle auf AP um ja Feuer jetzt einmal auf die Gallant und lade jetzt AP Kutus auf brennt ja, er kommt durch die Tops durch, oder? ja, perfekt sag ich ja, man fährt da wie so ein bisschen so, AP-Salve ist raus auf dem Kutus auf jo, sehe ich fliegen na aber ich bin ja fast tot Adrenalinrausch AP-Salve ist natürlich jetzt die falsche ich hatte eigentlich gedacht er hat die Kutus auf möglicherweise viel weiter vorne ich pack wieder HE rein das ist glaube ich der bessere Weg jetzt habe ich 8 vorgehalten das war zu weit vorhin habe ich 6 vorgehalten das war zu kurz also müssen wir wohl 7 nehmen 1,49 ach, schade er hat keine Planes mehr, sagt er fährst du volle Kraft? ich möchte dich nämlich ganz gerne ein Stückchen vorfahren lassen weil ja, ich fahre volle Kraft äh, die Nelson ist kein Frontschwein ja, aber ich habe auch nur noch 8800 HP ach du Gott aber gut, anderthalb Minuten ne, Queen macht es richtig die fährt runter zur Base das hätte ich vorhin auch mal machen sollen ja bin spottet da ist die Gallant oh, komplett verfehlt, das ist doch nicht wahr, ne ja, das Ding ist schweinewendig, ne ja, die ist halt relativ kurz, ne wie macht es jetzt, äh er dreht naja, kann leider jetzt nicht schießen Treffer aber jetzt wird er mich torben weg ist er, hoffentlich hat er nicht mehr abgeschossen doch hat er aber in deine Richtung, ok oi, oi, oi na, ach, nochmal 3 ne, ich bin tot ich habe leider durch das Ziel vergessen die Reste sich wieder gegen zu lenken irgendwie habe ich dann zu doll nach links gelenkt ich hatte das eigentlich anders geplant, aber gut weiß egal so, 15 Sekunden Hallo Nick alt fit bei euch schönes Wochenende gehabt bis jetzt komm ich glaube das ist das erste Mal ich die Nelson überhaupt verliere, ne das war das erste Mal ich habe einfach ich habe einfach den Fehler gemacht ich könnte nicht gleich schießen sollen als die Spitz auf mich zugefahren ist ich könnte warten sollen bis in dem Moment wo sie die Breitseite zeigt und dann hat es richtig gerappelt dann hätte ich auch nicht alle Torps kassiert dann hätte ich nur die ersten 4 kassiert wahrscheinlich aber gut ich habe diesmal nichts gemacht dritten Platz immer noch zwei Schiffe versenkt war jetzt keine überragende Runde war aber nicht schlecht 352.000 mitgenommen Raven war mit dabei also man kann dann schon auch da ein bisschen was damit kassieren so also das war jetzt mal die Nelson Runde ja ausgerechnet dann wenn man es zeigt ist sie natürlich nicht so besonders die Rest die anderen Runden waren schon besser ja gut vielleicht fahren wir sie nachher nochmal zum Auffrischen so ein bisschen ich würde jetzt einfach sagen wir machen jetzt weiter mit unserem Ziel was diese Diary eigentlich bedeutet ist halt dass wir hier den Skillbaum komplett durchspielen von 3 bis 10 mit euch an unserer Seite ihr könnt gerne auch ein paar Fragen stellen rund um World of Warships was euch vielleicht interessiert vielleicht können wir das hier zusammen auch beantworten ich weiß nicht ob ihr das Preview schon gesehen habt von uns was jetzt zur Zeit bei YouTube online ist also einfach mal googeln da stellen wir quasi Neuigkeiten die es jetzt auch demnächst bei World of Warships dann wahrscheinlich so oder so ähnlich im Live-Spiel gibt dann auch vor wie die Zukunft von World of Warships aussehen kann und daher ist das sicherlich ganz informativ für euch würde und da gibt es vielleicht das ein oder andere Thema also die Nebelmechanik wird ja überarbeitet von daher ist das so eine Sache Clan-Base-Geschichten kommen demnächst freue ich mich persönlich schon sehr sehr stark drauf ja also und dann was war da noch die ja IFAE-Geschichte wird überarbeitet für die kleineren Kaliber und ja ich denke da gibt es auch ein bisschen Gesprächsstoff was haltet ihr von den ganzen Änderungen wie findet ihr die neue Smoke-Mechanik die eingebaut werden soll also dass halt die Schiffe im Nebel nicht mehr auf die Grundsichtbarkeit reduziert werden sondern auf diese erweiterte Grundsichtbarkeit dass man halt wenn man im Nebel steht halt nicht mehr zwei oder respektive drei Kilometer sichtbar ist sondern also das war ja schon immer so dass ein Schiff zwei Kilometer immer sichtbar ist egal wo es sich befindet sozusagen außer es ist eine Insel dazwischen und dann war es ja durch diesen einen Skill der achter Schiffe der einen Module war es ja dann möglich diese Sichtbarkeit auf drei zu erhöhen jetzt mit der neuen Mechanik wenn die denn so kommt es ist halt so dass jedes Schiff individuell für jede Smoke für jeden Nebel eine eigene Sichtbarkeit bekommt das habe ich dann auch in einem Koop-Gefecht veranschaulicht da kann man ganz gut sehen dass man halt schon zeitiger aufgeht und damit halt nicht mehr so diese extreme Nebelcampen und vor allen Dingen das Nebelcampen von Schiffen die gar keinen Nebel haben sollen ja nimmt damit halt deutlich ab also die Schlachtschiffe sind mehr als weit mehr als zehn Kilometer im Nebel in Zukunft sichtbar und das ist eigentlich halt das Ziel Nick fragt kommen auch irgendwann noch auch U-Boote keine Ahnung ehrlich gesagt nach den Interviews die man auf der Gamescom so lesen konnte das wurde auf der World of Warships Seite veröffentlicht ist es zumindest Wargaming antwortet dazu nicht so richtig muss man ja auch sagen die Frage ist halt wie sie die meine U-Boote ist ein bisschen übertrieben in Wirklichkeit waren die U-Boote im Zweiten Weltkrieg was halt langläufig als U-Boote bezeichnet wird eher Tauchboote also die waren ja nicht dafür konzipiert lange unter Wasser zu fahren und das ist halt die Frage wie man das dann hier unterbringt ob das überhaupt ich sehe viele Menschen viele Leute bei uns in der Community die meinen dass U-Boote das Spiel komplett zerstören würde ich sage ganz ehrlich es kommt darauf an wie sie sie integrieren wenn du halt natürlich einfach abtauchen kannst jederzeit sage ich jetzt einfach mal also Tauchboote waren es ja viel mehr damals ist das sicherlich eine andere Geschichte wenn halt irgendwie keine Ahnung eine Art Modul-Fähigkeit ist oder dass man das halt auch nicht ständig kann dass man einen Cooldown hat man kann nicht ständig wieder tauchen oder irgendwie sowas keine Ahnung das ist jetzt extrem rumgesponnen wäre das vielleicht sogar ganz interessant weiß ich nicht aber realistisch glaube ich nicht dass in der nächsten Zeit hier U-Boote herkommen glaube ich einfach nicht dafür ist das einfach ein Oberflächenschiff in einem Oberflächenspiel komplett nicht dass es oberflächlich ist aber es gibt keine Karten für Unterwasser das darf man ja auch nicht vergessen und so weiter steckt ja so viel mehr drin du musst die Karten im Tiefgang quasi erweitern und so weiter also naja geplant ist es sicherlich nicht aber im Interview haben sie sehr nein nicht ausweichend sondern so wie sagt man nicht direkt darauf geantwortet aber sie prüfen alles mögliche so ist so die Aussage der Entwickler mal gucken ob wir auf der Dankhörg ein bisschen was erreichen können habe einfach mal drauf geballert ja zwei kommen richtig machen wir nochmal zwei naja da nimmt sie nochmal zwei mit und die waren ein bisschen stärker offensichtlich so wenn die Dankhörg jetzt naja ich werde jetzt mal warten mal gucken was sie macht aber die fährt die macht das die Dankhörg fährt das was man mit der Dankhörg eigentlich nicht machen sollte nach meinem Verständnis wie man eine Dankhörg fahren sollte muss ich ganz ehrlich sagen eine Dankhörg ist kein Schiff womit man vorne reinfährt zumindest nicht hier in dem Spiel dazu haben wir schon mal 6-6 17.000 auf der Queen Elisabeth ja ich fahr jetzt hier so ein Stück weit rein Hallo Patrick ja wir haben TS wir haben TS ich kann jetzt gerade nicht schreiben weil ich am Fahren bin dann könntest du auch gerne mit uns mitfahren also wir suchen auch Mitfahrer der mit in unsere Division möchte wenn du schon mal was vorbereiten möchtest dann wäre das ganz toll oder ich fände es ganz klasse wenn du in unseren Livestream bei YouTube einmal klickst in den Secrets Kanal nein das ist jetzt nicht damit wir einen Klick bekommen oder so ein Kram da drinnen ist die TeamSpeak Adresse eingetragen da scrollst du ein bisschen runter in den Kommentaren und dann findest du die Adresse mit Passwort dann kommst du oben in die in die in die Halle rein in unseren Trockendock und dann ziehen wir dich runter hier in den Live-Kanal also das könntest du schon mal vorbereiten waren übrigens 10.000 auf der Dunkirk ja ich bin hier noch auf der Queen Elizabeth ok Patrick dann ganz alles mit der Ruhe so TeamSpeak habe ich hier auf dem zweiten Bildschirm offen also wenn er reinkommt sehe ich ihn alles klar Sascha super das läuft ja hier wie ein Schnitten Brot bei dir so Queen Elizabeth auf 8 Kilometer ja 9,9 bei mir schön Breitseite ja für mich auch 10,3 auf der Queen Elizabeth so lass die Salve reingehen ich bete für dich 6,4 ja ist down ist down ist down ist down ist down so ne einfach wenn du bei YouTube eingeben möchtest äh einfach Sea Crowds suchen wie unser Logo unten links oh links gleich ne Dunkirk für mich auf 10 Kilometer ja mir ne Kase down äh fast down jetzt ist sie down da kommen natürlich jetzt Tops das war klar ich geb Gas da komm ich durch da komm ich durch die Torben mich nicht weg oah scheiße da komm ich nicht mehr durch da komm du bist nur ran doch 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 ihr kommt nein verdammt so jetzt machen wir das cooler wir warten bis die Breitseite fährt ich hab natürlich jetzt auch nicht die Granaten ready ich fahr nicht weiter vor ich nutze die Landzunge hier um mich vor Toro Heo zu schützen also wenn du nur ein 7er Schlachtschiff hast ähm dann kannst du mit einer Nelson Runde gerne mal mit uns zusammen fahren aber wir möchten halt nicht dass wir in höhere Gefechte gezogen werden weil das auch für die Leute die halt in 8er Gefechten fahren auch immer eine Bestrafung ist wenn sie in ihrem Team plötzlich eine Tier 6 ähm Division drin haben und deswegen machen wir das äußerst ungern also eigentlich nicht wir vermeiden das auch im Clan dass wir mit unterschiedlichen Tierstufen fahren weil das immer für eine Gruppe der Nachteil ist entweder für uns oder halt für diejenigen die Patrick ist im Trockendock soll ich ihn jetzt schon rüber ziehen ja kannst du gerne machen kannst du gerne machen Hallo Patrick Moment Achso ist er noch nicht? Malzeit Hallo Patrick Machen wir das? Machst du deinen Hintergrund bitte? so jetzt hast du den Hintergrund glaube ich ausgemacht ne? ja genau ja genau super ja willkommen bei uns hier auf dem Seacrouds Teamsweek Server und im Livestream jawohl danke ach jetzt fängt das wieder an jetzt sei ruhig so jetzt muss ich mich hier mal kurz auf das Gefecht konzentrieren ich habe hier die ganze Zeit jetzt gelabert und gemacht so ich drehe hier mal auf die Dunkirk ein ja die Dunkirk die die ist auf 10 Kilometer das müsste doch eigentlich machbar sein die weg zu ballern da ist aber noch eine König die Breitseite steht ne? also die die wartet nur da drauf dass wir hier vorkommen Dunkirk schießt HE schießt du HE oder AP? ich schieße AP sehr gut dann stelle ich jetzt egal ob ich eine niedrigere Chance habe als als die Dunkirk ähm oder im Vergleich zu anderen Schiffen dann schieße ich jetzt mit HE drauf also mit der nächsten Salve jetzt Aua das waren nochmal 3 aber sie brennt ja ja wenn wir hier stehen ist das glaube ich gar nicht so schlecht weil stehende Ziele sind ja allgemein recht schwer zu treffen das glaubt man nicht ist aber so so mal gucken wer zuerst brennt ja leider die Dunkirk nicht weil meine Streuung so gigantisch groß ist ach mit AP frontal kaum Schaden auf ihn komisch wenn du vorne auf dem Deck triffst solltest du die Dunkirk eigentlich ganz gut treffen können also noch vor den Geschützen ja so da ist eigentlich relativ gut bei der Dunkirk Damage zu machen oder du schießt halt direkt auf die Brücke ne also auf die Aufbauten da schieße ich jetzt gerade immer hin so knapp hinter die Geschütze mhm das müsste eigentlich gut gehen Leider zünd ich nicht an das ist halt das Problem bei den Briten jetzt hast du aber ein bisschen mehr Schaden gemacht oder? ein bisschen mit der Queen Elizabeth ist das eben kacke ne du hast halt nur deine 30% Achtung da kommt eine Königsberg auf 5,7 Kilometer ich mache die ich drehe die Kanonen ich habe aber nur HE ready ich schalte auf AP jeden Moment um ich habe eine ganze Säule AP bereit für ihn super super komm raus komm Königsberg komm hier durch wir freuen uns schon auf dich ich will versuchen das Profil so klein wie möglich zu machen und warte jetzt dass er aus der Insel kommt wenn irgendwelche Hintergrundgeräusche sind die ja nicht hören wollt sagt Bescheid ne? aber bis jetzt ist es ganz okay bis jetzt ist es super ja jetzt brauchen wir doch gleich deinen Ingame Namen dann können wir dich einladen ich müsste wie gesagt noch runterladen ne? was runterladen? das hatte ich geschrieben Volt of Warships ach du Gott na das dauert aber doch ein bisschen ne? wie viel Leitung hast du denn? also ich schlafe 24 Megabit die Sekunde runter ok na das geht ja dann doch relativ schnell aber dann müssen wir auf jeden Fall mindestens noch eingefecht fahren bevor du mitfahren kannst denke ich mir ja denke ich mal das sind 15 Gigabyte die du da runterladen musst ich weiß noch gar nicht ob mein Accounts überhaupt noch gibt ach geben soll also wenn ich ihn selbst nicht gelöscht hast soll es ihn noch geben wie es aussieht gibt es ihn nicht mehr entzündet du weißt das Passwort nicht ne es gibt ihn nicht mehr die E-Mail Adresse ist weg ok mach halt neun dann wird es aber schwierig gleich ein 7er Schiff zu haben oder ein 6er oder willst du dir eins kaufen? das geht doch easy ne muss ich mal gucken wie viel kostet denn so ein Teil wie lange hast du in kein World of Warships gespielt wenn ich mal so fragen darf? also das kam raus und habe ich glaube 2-3 Wochen gespielt und danach bin ich auf Ernährung ok dann warst du natürlich noch nicht sehr weit ne und Geld ausgegeben hast du für World of Warships auch noch nicht wahrscheinlich äh ich weiß es nicht mehr ja aber wenn du also normalerweise würden sie dich mit Premium Schiff mit Premium Schiffen löschen sie glaube ich nicht glaube ich jetzt einfach mal weißt du keine Erfahrung das weiß ich so also ich bin mit der Queen schon wieder ready das spielt ja eigentlich noch so außer World of Warships nur World of Warships? wir sind ein World of Warships Clan ein Newsportal und Entertainment Center von daher oder Entertainment Center von daher dreht sich bei uns alles um World of Warships in unserem Clan ist man normalerweise Ü30 und betreibt World of Warships als Hobby aber wenn wir spielen dann spielen wir halt eigentlich nur World of Warships was mir bekannt ist sagen wir mal so und ja Fun Clan also ich bin Multigaming Jude sozusagen auch was so PC zu Konsolen hingeht also ich zock alles hab auch einen YouTube Kanal und bin auch erst 20 halt 21 ja Multigaming ist die Sache was ich bei Multigaming halt nicht so optimal finde ist aber meine persönliche Meinung und muss jeder für sich wissen oder die Erfahrung die ich in meinem Leben gemacht habe ich habe auch schon verschiedene Spiele gespielt aber ist halt du machst halt nichts richtig in dem Moment es sei denn du hast ganz viel Zeit und gehst nicht zur Schule sage ich jetzt einfach mal oder arbeiten dann kannst du dich sicherlich mit zwei, drei Spielen parallel intensiv beschäftigen aber wenn du dich... das ist das Gute bei mir, ich bin jetzt seit sieben Monaten krankgeschrieben also ich kann das ob das jetzt gut ist? aber gut Sascha wie sieht es aus? hast du schon wieder eine Sechser-Ready? Hallo Sascha? Achso, ja mit gemutetem Mikrofon könnt ihr mich natürlich nicht hören genau ich habe einen Sechser-Ready, ja Moment also ich mag jetzt einfach mal ganz stark bezweifeln wenn du jetzt einen Account neu machst, dass du morgen sagen, dass du jetzt gleich ein Siebener Schiff hast oder ein Sechster Schiff und wenn du das hast, dann wird das sicherlich ziemlich herausfordernd für dich dass du dieses Spiel dann gleich auf Anhieb vernünftig spielen kannst mag ich jetzt einfach mal so behaupten weil es doch einige Mechaniken gibt, die sich seitdem du das letzte Mal gespielt hast extrem verändert haben die Karten, die Spieltaktiken haben sich komplett verändert und das ist halt das, was ich meine wenn du nicht regelmäßig spielst du wächst ja mit der Community oder die Community sorgt ja dafür, dass dein Spiel sich in gewisser Art und Weise entwickelt Ausnutzen von Spielmechaniken etc. etc. und das verpasst du einfach alles wenn du nicht regelmäßig spielst und selbst wenn du das Spiel jetzt kennst und ungefähr weißt, wie du vorhalten musst und solche ganzen Geschichten wird das für dich ein ganz schöner Aha-Effekt werden würde ich jetzt mal sagen also wir nehmen dich gerne mal eine Runde mit Ich will jetzt erstmal runterladen und dann werde ich denke ich mal also ich werde jetzt rausgehen aus dem Test und ich komme dann später wieder denke ich mal ich gucke mir deinen Livestream heute an sehr gerne und ja wenn du mir oder uns als Seacrots einen Gefallen tun möchtest gerne abonnieren, gerne liken YouTube und Facebook das wäre mir super lieb das ist so, ich sag jetzt einmal für mich als kleiner Mann hier die Belohnung, die man dafür kriegt dass man hier eine vernünftige Unterhaltung hoffentlich aufstellt wir haben einige Zuschauer von daher glaube ich dass das gar nicht so schlecht ist unser Feedback, was wir bis jetzt von der Community bekommen haben war relativ positiv oder überwiegend deutlich positiv und ich würde mich halt weiterhin oder wir sind halt sehr dankbar dafür dass ihr uns gerne guckt und ja und das ist halt das bisschen was man dafür zurückbekommen kann von euch und daher wäre es ganz lieb wenn ihr auch ein Like und ein Abo da lasst wenn ihr weiter von uns entertaint werden wollt es wird auch in Zukunft diese Diaries regelmäßig geben ihr seht, wir sind jetzt erst bei der Queen Elizabeth das soll so laufen, dass wir bis zur Conquery diese Gefechte zeigen und immer wieder mal gemütliche Gefechte zusammen mit euch oder halt euch als Zuschauer dabei haben es wird mittelfristig wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Gewinnspiel geben was ich aus eigener Tasche bezahle nur so mal gesagt ich habe hier keine Unterstützung von Wargaming als Kontributor oder sowas ähnliches da habe ich jetzt eine Idee für dich du bist ja erwachsen denke ich mal mit deinem Kanal und alles Gerne ich werde mal ich habe mit einem Kollegen halt er hat einen YouTube-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal und Twitch-Kanal haben wir beide wir werden dich mal verlinken und werden dann, wenn du sagen wir mal, keine Ahnung wie viele Abos hast du jetzt ich denke mal so 100 bis 300 weiß ich jetzt gar nicht hab ich gar nicht geguckt und wenn du halt so ein paar hast dann können wir ja mal so ein ja, Gewinnspiel machen ich werde dann so einen Kampf machen, wo man sich halt alle trifft ich würde einfach mal sagen danke für das Angebot, super könnten wir uns gerne mal separat darüber unterhalten ja, so wichtig ist mir halt, dass die Community was davon hat und auch halt, ich sag jetzt einfach mal eben die Gewinnspiele, die wir hier veranstalten laufen halt darauf hinaus, dass man am Ende was auf dem Store kauft und das dann verschenkt ne, das geht ja mit diesen Wargaming-Geschichten ganz gut weil ich halt, zum Beispiel, wir hatten jetzt auch den Vorschlag vor kurzem dass jemand vorgeschlagen hat, ihr könnt ja auch eine Pay-Safe-Card verlosen das mache ich einfach aus dem einfachen Grund nicht weil man mit der Pay-Safe-Card auch woanders Geld, also was einkaufen kann das muss da nicht bei Wargaming sein, ich bin aber definitiv ein Unterstützer von dieser Community hier bei World of Warships oder World of Warplanes oder World of Tanks wobei ich jetzt nur World of Warships spiele aber, oder wir hier nur World of Warships spielen und ja, das ist mir dann schon sehr sehr wichtig, dass wir da auf jeden Fall in der Richtung was machen, was die Community verbessert weil ich meine, da machen wir uns ja nichts vor Wargaming muss natürlich Geld verdienen, um diese Sache hier zu entwickeln und wir alle profitieren als Spieler davon, dass Wargaming dieses Spiel entwickelt und immer wieder neue Sachen bringt, ob sie jetzt alle gut sind oder manche halt auch schlecht sind, das ist ganz normal im Leben, denke ich die Frage ist das, was wir draus machen und solange wir das Spiel lieben und auch benutzen wissen sie, dass sie richtig entwickeln Ich fahr hier mal nicht raus Ich fahr auch schon rückwärts Ich fahr hier mal nicht raus, weil wir sind hier die Frontschweine und das kann nicht richtig sein Ne, also wie gesagt, ich würde einfach sagen, wir tauschen mal die Kontaktdaten aus dann können wir mal gucken, ob wir hier einen gemeinsamen Nenner finden später aber trotzdem erstmal, bis dahin schon mal sehr, sehr vielen Dank für das Angebot Ja, und dann schauen wir einfach mal weiter Ok, naja, ich melde mich dann heute Abend, denke ich nochmal im TS also gegen 21 Uhr, wenn du da noch online bist Ja, also wir sind, den zweiten Livestream machen wir heute von 21 bis 22 Uhr ist der, äh, ist der im Moment angesetzt, das ist ja die 14. Folge des Ok des Diaries Ok, da weiß ich Bescheid, dann melde ich mich dann nochmal Alles klar, bis später Patrick Jawohl, bis später, tschau Tschau So, also der Gegner verteidigt auch nur die Base Ja, ich hoffe mal, dass die Cleveland jetzt vielleicht nochmal ordentlich Traffic hat 7 vorgehalten Ja, war ein ordentlicher Treffer, hat 10.000 gebracht ungefähr So, also wenn es weitere Leute gibt, ähm, die gerne mit uns fahren möchten Einfach einmal bei, das ist der einfachste Weg Einfach bei YouTube, äh, einmal den Kanal checken Im, am besten Fall, nein, ist jetzt nur Spaß Aber im besten Fall ein Abo dalassen oder ein Like von dem Livestream bei YouTube Und dann könnt ihr in den Kommentaren auch unten gleich gucken dass ihr die TeamSpeak-Adresse findet und dann könnt ihr schon hier quasi rauf gehen auf den TeamSpeak und dann ziehen wir euch vom Trockendock runter Dann könnt ihr mit uns mitfahren Ah, nicht weit genug vorgehalten, schade Sonst hätte sie Cleveland getroffen, aber richtig So, da kommt der Graf Spee von rechts auf 15 Kilometer Ja, ich habe ihn schon im Fokus, kann aber noch nicht Also ich glaube gerade war in den Kommentaren jemand, der schrieb, er hätte nur ein 7er Schiff Da könnte man dann wieder eine Nelson Runde drehen Ja, genau, da würden wir dann nochmal eine Nelson Runde zusammendrehen Ich glaube der Nick war es Genau, der Nick habe ich auch gesehen Ja, würden wir aber machen, also wenn ihr, wenn du nur ein 7er Schiff hast Ah, Mann, die drehen alle ab Die sehen die Kanonenkugeln kommen, verdammte Axt Können wir die nicht unsichtbar machen? Oh, da hat es gescheppert bei der Graf Spee Bei der HSF? Ja, das sieht man gerade Der weiße Balken war doch recht groß Oh, da kommt Torps Ja Jetzt komm hier, du Graf Spee bitte, ja Ja Ja, ich bin jetzt aber zu weit vor Ich muss unbedingt hier da gerade rückwärts fahren Bloß nicht abdrehen, das ist immer das Schlimmste, was du machen kannst Jo, nochmal 3,7 auf der Graf Spee Ah, ich würde so gerne ein geiles HE Schiff haben gerade Ja, habe ich aber nicht Ja, jetzt kommen natürlich die HEs von der Mexiko oder was da kommt Nee, Mexiko ist das nicht, irgendwas in der Rauchwolke So wie das hier aussieht, ist das eine Belfast oder Ja, eine Belfast, na klar Eine schöne Sie hat keine Torpedos Ja, aber ist trotzdem nervig Doppelbrand Doppelbrand Ja, ich zieh mich mal wieder ein Stück weit zurück Bayern, 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 die bleibt fast stehen Ja, 1-1 nochmal, aber nichts Tolles Die ist nochmal in Richtung B Nein Ich würde gleich nochmal in Richtung Kleeblend zielen, wenn sie... Naja 6-6 Guck mal, ob ich die Kleeblend noch treff Danke für den Nebel Super, Rappata Und, ja, gestriffen die, die Kleeblend So, mein Freund Da kommt eine Belfast aus dem Nebel raus und ich habe keine Kanone ready Das ist ja... Ah, ist das wieder ärgerlich Da kommt Torps Ach, wo kommt die denn jetzt her? So, 4-5 auf die Belfast So, wenn sie so weiterfährt, biecht sie? Ja, sie biecht, oder? Ja Und ich schieße sie jetzt So, ich schieße schon mal auf den Arsch Der hat gleich... Ich fahre weiter rückwärts Yes Ja, Doppelzinadelle weg Dankeschön So, dann, die grad spät Wird gerade unsichtbar Ja, die dreht weg So, schön weiter rückwärts gefahren Sehr schön, da haben wir die Torps Ja, jetzt haben wir die Führung hier übernommen Sehr, sehr cool Sehr, sehr cool Ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt aber... Jetzt können wir ganz schön langsam und kontrolliert vorfahren, würde ich sagen Ich muss hier mal eindrehen Wobei wir nicht vergessen dürfen, wir haben eine Kagero noch hier links Eine Cleveland, eine Bayern Eine New Mexiko ist hier auch noch Vorfahren ist vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch Oh, oh, ich werd beschossen Cleveland und Bayern ist hinten rumgekommen Ich würde nicht an deiner Stelle da nicht rausfahren Ich würde meine Aussage von eben nochmal revidieren Ich bleib hier hinter der Insel Jo, Fratzengeballer auf die Bayern Mal gucken, die fährt jetzt natürlich gerade volle Kraft Ich hoffe, ich habe... Ah, ich treffe sie hinten noch Jo, 8-6 Zitadelle, Graf Spee ist weg Herzlichen Glückwunsch Neue Mexiko Ich guck mal, ob ich die Cleveland treffe Ich habe jetzt so 7 vorgehalten und ganz grob einfach nur Komm, 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 komm Oh, 5-3 So, Cleveland, na gut Na, jetzt wendet sie Mal gucken, ob das noch geht oder ob ich jetzt hier zu wenig vorgehalten habe, aber die ist ja schon fast down Na, die Säufe sollte aber reingehen Also... Jep, dankeschön, Cleveland Thank you very much, um das britisch zu sagen Tatsache Die Mexiko ist afkar, alles klar Danke, dass du das in den globalen Chat schreibst, dass wir das schon mal wissen Ich würde es nicht reporten, sag ich dir ganz ehrlich Weißt du, wenn die Mexiko ist so weit vorgefahren, die kann nur einen Absturz gehabt haben Oder irgendwas wirklich wichtige Privates, sonst würde das keiner machen Wenn du am Anfang stehen bleibst, okay, ist es selbst das, ganz ehrlich, wie oft ist es mir schon passiert, dass ich beim Playdrücken einen Absturz hatte, muss man doch mal ehrlich sagen Was soll diese ständige Reporten von irgendwas, das ist doch, ganz ehrlich, wer macht das mit Absicht, so viele Leute gibt es doch gar nicht, die mit Absicht hier rumcampen oder meinen dann, ach, Kagero voraus, Kagero Außerdem glaube ich immer noch nicht, dass das Reporten so eine große Auswirkung hat Das wird nur dann eine Auswirkung haben, wenn das wirklich ganz regelmäßig von dem Spieler gemacht wird, um es mal so auszudrücken Ja, das waren 7 nochmal auf der Bayern Kagero lassen wir einfach mal da, wo sie ist Ich will nicht Breitseite zeigen, um vernünftig auf sie zu schießen, müsste ich Breitseite zeigen Die Fubuki Ich hoffe, dass sie das verstanden hat Na, jetzt kann ich sowieso nicht schießen, und ich hab nur AP-Granaten fertig Die feindliche Basis wird schon erobert, sehr schön Ja, Ogneroy zieht da durch Aber Kagero ist natürlich auch ein Scheißschiff, ne, also das hat ja gleich 2x4 Torpedowerfer Das tut dann schon richtig weh, also ich fahr die Kagero gerne, weil sie auch schon bei 5,4km zugehen kann Jo, und nochmal 6,7, sehr, sehr schön Sehr, sehr, sehr schön 68.000 haben wir schon wieder zusammengefarmt hier Mühsame Nächte Eichhörnchen Aber das ist, denke ich mal, doch so gut gewesen, dass man sagen kann Fubuki, überlebe Überlebe, du bist mein, du bist hier unsere Lebensversicherung gerade Ja, Eike, ich hau ja schon mit drauf Versuch ja die Bayern schon Versuch die Bayern mit rauszunehmen, bitte, Sascha Ja Die ist wichtiger für uns, dass die Bayern tot ist, als dass die Mexiko tot ist Aber das könnte schon reichen, eventuell Die nächste Salve Da, da kommen die Tops, da kommen die Tops Komm, komm, dreh dich, meine Dicke, dreh dich Ein Torb fressig Bayern ist weg Einen Torb nur gefressen, aber das ist natürlich schon heftig Aber, danke Fubuki, darum meine ich, der Zerstörer ist wichtiger für uns Als, äh, als die AFK-Dampferchen, weil er für uns die Torpedes aufklärt So, jetzt kann ich mal lesen, was ihr hier geschrieben habt Ja, ich hab auch schon ein bisschen drauf reagiert Also, Niki, äh, TS ist TeamSpeak, TeamSpeak ist eine Software, die kannst du dir kostenlos runterladen Auf, äh, TeamSpeak.org ist die Webseite, glaube ich Da ist ein IP-basierte Chat-Software, Voice-Chat-Software Und da musst du dann quasi die IP-Adresse und ein Passwort für den Server eingeben Oder manche sind auch public, sodass du keine Passwörter eingeben musst Und dann kannst du direkt mit uns über das Headset kommunizieren Das ist quasi, quasi telefonieren, ne, ähm, bloß, dass du halt keinen Hörer mehr abnimmst Und, ja, die Adresse kriegst du unten bei YouTube im Kanal So, wie spät ist das eigentlich? 16.30 Uhr Haben wir jetzt gerade jemanden, der direkt mit uns mitfahren wollen würde? Versuch mal mitzulesen, bei YouTube schreibt niemand Also, wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht klappt, Leute Merkt euch einfach gegen 20 Uhr, also 20 Uhr fangen wir mit dem zweiten Livestream an Wenn ihr es jetzt halt nicht hinkriegt, irgendwas runterladen müsst, irgendwie mal gucken wollt, ob die Schiffe überhaupt passen und so weiter Der Einzel, was ich euch bitte Ist, äh, seid dann, wenn ihr bei uns in TeamSpeak kommt, dass ihr dann auch relativ zügig vorbereitet seid Also, dass ihr ein Schiff schon vorbereitet habt Am besten, idealerweise, bitte auf der gleichen Tierstufe, wie wir selber fahren Und dann geht das auch ruckzuck Wir machen dann ein, zwei, drei Gefechte zusammen Je nachdem, wie viele Leute sich melden und mitfahren möchten Vielleicht auch länger, je nachdem Aber prinzipiell ein, zwei Gefechte ist so die Regel Dann seid ihr mal im Livestream mit dabei Könnt euren Freunden zeigen, wie das so gelaufen ist Vielleicht haben wir ja auch ein total imber Gefecht hier Ja, nicht so wie eben mit der Nelson Aber gut, was soll's Ich würde sagen, nicht so lang schnacken Maus im Nacken, nein, so natürlich nicht, aber Ich klicke hier mich nochmal durch, pack nochmal eine Tarnung rauf Ah, ja, ich nehme einfach mal rastloses Feuer jetzt Davon habe ich noch ein paar Ich brüchte mal langsam wieder neue Lackierungen, ganz ehrlich Die, die 100% bringen, meine ich So, wir haben auch schon 23.500 inzwischen zusammengefahren an Erfahrung Das ist gar nicht mal so schlecht Wenn wir nur 80.000 brauchen, haben wir ja quasi schon mehr als ein Viertel davon zusammen So, Sascha, wir brauchen dich noch Ich drück schon mal Gefecht Mach mal kurz mein Mikrofon aus, ich möchte was trinken Das will ich euch nicht mit belästigen So, da bin ich wieder, wenn man die ganze Zeit am Quatschen ist Dann braucht man manchmal eine kleine Erfrischung So, Ring Kann das sein, dass wir heute sehr, sehr viel Gewinne hatten? Ich habe ja selbst diese Duka der Aosta gefecht, weil ich vorhin gefahren habe, bevor wir den Stream angefangen haben Wo ich mich jetzt nicht so clever angestellt habe, aber Selbst Dadt haben wir gewonnen, ne? Ja, also bis jetzt läuft's ganz gut heute Dann, ich würde sagen A, ne? Ich würde sagen A, ne? Wenn in den Nachrichten steht, wird hier verkauft und verkauft und verkauft. Eins ist ganz klar. Irgendjemand muss das ja auch kaufen. Du kannst ja nicht Aktien einfach zurückgeben. Das funktioniert ja nur so, dass du verkaufen kannst, wenn es woanders einen Käufer gibt. Das bedeutet quasi, bei World of Warships, dann wenn du verlierst, dann gewinnen die anderen. Ist jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, aber es muss ja auf der anderen Seite genauso viel Gewinner geben. Nur, dass Gewinner sich mehr oder weniger darüber freuen, zu sagen, ey, wir haben gewonnen, aber das darf vielleicht nicht so publik geben, weil man sich über eine Niederlage immer mehr ärgert. Das ist nun mal einfach so. Und deswegen, der Frust halt auch eher mal ausgesprochen wird, anstatt ein Lob. Das ist nun mal bei uns Menschen so. Und das muss man da schon ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Ich ärgere mich auch, wenn ich hier drei Fechte in Folge verliere. Natürlich möchte ich gerne gewinnen, aber das gehört nun mal dazu. Auch bei World of Warships, man macht selber auch regelmäßig Fehler, auch wenn man es besser weiß, geht es mir zumindest so. Ich habe nicht den Anspruch, ein Pro-Gamer zu sein. Ich will hier Spaß haben in dem Spiel. Wir sind eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft hier und haben hier Feierabendspaß zusammen, lachen viel zusammen, schnacken auch über Sachen, die gar nichts mit World of Warships zu tun haben. Und ja, Sascha wäre nicht hier, wenn ihm das hier nicht gefallen würde. Von daher, wir sind ein kleiner, eingeschworener Haufen. Und mehr wollen wir auch gar nicht sein. Wir erwarten hier nicht den Imba-Skill, dass man ein halber Pro-Gamer ist oder irgendwie sowas. Ihr seht ja, wie ich schieße. Also von daher kann ich das jetzt hier auch nicht erwarten. Einfach Spaß bei der Sache und fertig. Wir wollen auch gar nicht ein großer Clan sein. Wir sind ein kleiner Clan, überschaubar. Jetzt aktuell knapp 10 Leute. 15 wollen wir mal werden. Und wir teilen die Leidenschaft, euch als Community daran teilhaben zu lassen, wie wir World of Warships spielen. und wollen euch natürlich auch gleichzeitig über neue Sachen bei World of Warships informieren, weil uns das einfach genauso interessiert wie euch wahrscheinlich, wie sich World of Warships entwickelt. Und darum haben wir hier die Seite gemacht und den Clan gegründet. Einfach, weil man dann auch immer Leute hat, mit denen man zusammen nett fahren kann und sich einfach mal locker austauschen kann. Wenn ihr noch auf der Suche seid, nach einer netten Facebook-Gruppe zum Beispiel. Es gibt ja diverse, auch deutsch sprechende Gruppen. Zwei, drei Stück auf jeden Fall. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach Gruppen, die vielleicht einen Ticken internationaler sind, die hier auch gegen Menschen spielen, die aus Rumänien, Polen, Dänemark, Großbritannien, Frankreich und so weiter kommen und ihr darauf Bock habt, auch mal zu hören, wie die vielleicht World of Warships sehen oder spielen wollen. Das ist ja auch immer eine Frage der Nationalität, sage ich jetzt einfach mal, wie die Wahrnehmung des Spiels ist. Und vielleicht wollt ihr euch ja dazu mal ein bisschen austauschen. Dann kann ich euch ganz herzlich die European Community Group, also World of Warships European Community, ans Herz legen. Da ist inzwischen, ich glaube, wir haben jetzt mehr als 20 Nationen in dieser Gruppe vertreten, sind aktuell 238 Mitglieder, die sich da regelmäßig höflich miteinander austauschen, in einer normalen Umgangsform. Die Hauptsprache ist natürlich Englisch, also ihr solltet Englisch schon beherrschen, aber ja, ist vielleicht für den einen oder anderen was von euch und es ist einfach nur ein Klick in die Facebook-Gruppe rein, dann können wir euch auch akzeptieren oder kann ich euch akzeptieren, weil diese Gruppe habe ich habe ich selber als private Initiative oder aus privater Initiative gegründet, weil ich ein überzeugter Europäer bin, um es mal so auszudrücken. So, komm, Oknip. Ach, Hotnik. Und... Nee, die ist nicht so häufig. So, jetzt habe ich mich so ein bisschen in den Abseits manövriert hier, habe ich das Gefühl. Eine Fuso, wobei auf die Fuso kann ich gleich mal richtig einen rausledern, wenn die Kanonen gedreht sind. Er hat gerade schon eine Doppelzitadelle von mir gefressen. Ja, er fährt rückwärts, das ist dankbar. So, wenn die selber einschlägt, dann ist sie weg. Ah, na klar. Ich habe dann von ihr noch schön eine kassiert und konnte selber keinen Schaden mehr drauf machen und habe selber noch nicht mal Schaden gemacht und habe jetzt schon nur noch hellbe Energie. So ein Schwachsinn, Scheiß. Ah, ärgerlich. Entschuldigung, mussten wir gerade mal abreagieren hier. Ich schieße mal Richtung Königsberg. Na, die ist für mich hinterm Berg. Ach so, die Königsberg da hinten. Sag doch, dass du die andere meinst. Wo ist denn da noch eine? Ganz hinten, bei 16 Kilometer und hier vorne hinter dem Berg auf 10 Kilometer. Ja, genau. Und die war gerade kurz zu sehen. Ja, Zitadelle zerstört. Blind. Jawohl. Yeah. Einfach nur grob noch vorgehalten. Die ist gerade zugegangen, als ich abgedrückt habe. Ja. Yes, Tschakalaka. Im Wasser des Wortes. Tschakalaka. Okay, ja. Also, ihr seht es ja live, ne? Hier ist kein, äh, hier ist nichts an oder so ein Kram. Ich wüsste nicht mal, wo man sowas herbekommt. Weil sowas ja auch immer wieder erzählt wird, da es sowas bei World of Warships gibt. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Habe ich sicherlich Glück gehabt. Ohne Frage, bei euren online basierten Spielen gibt es irgendwelche Trickser. Aber gut. Hast du unsere TS-Adresse gerade im Kopf? Hier schreibt nämlich gerade jemand bei Facebook, dass er... Ich sehe das überhaupt nicht, dass hier jemand schreibt. Ganz ehrlich. Ich gucke hier und mache... Ja, wir haben jetzt gerade bei Seacrouds eine Nachricht von ihm bekommen. Okay. Das ist seacrouds.teamspeak.de Doppelpunkt für den Port. Und dann 100. Also 1-0-0. Ja! Und noch eine Zitadelle. Königsberg wieder down. Oh! War nicht mehr Schlag. Also Doppelpunkt. 1-0-0-7-0. Lass mich kurz zielen. Ja. Zitadelle auf die Graf Spee. Arbeite dran. Moment. Er hat mir gerade seinen Ingame-Namen geschrieben. Ja, dann machen wir da. Dann mach's da. Machen wir gleich nach der Runde. Und nochmal 4-2 auf der Graf Spee. Achtung, die hat 8 Kilometer Torps. Alter Schalter, war das geil gerade. Zwei Königsberg rausgenommen und beides mit einer Zitadelle. Und beides mit einer Zitadelle. So, da kommt ne König. Ja, hab ich ihm auf den Korn. Mal gucken. Er fährt gerade sehr langsam. Bleibt stehen. Könnte sein, dass ich zu weit vorgehalten habe. Na, 6-7. Ja, 2-3. Na, das zeigt doch. Die Graf Spee hat ordentlich was an Torps da reingesteckt. Kommen wir gerade. Na, schade. Jetzt kann ich nicht mehr wirken. Na, egal. Na, wenn ich gleich nachgeladen habe. Graf Spee steht da. Auf 8-4. Jetzt hab ich auch meine 25.000 schon an Energie zusammen. Ah, an Trefferpunkten zusammen. Guck mal, ob ich die Graf Spee hier nochmal belegen kann mit ein paar AP-Granaten. Ja, waren nochmal 5-6 von hinten. Ja, Graf Spee down. So. Die Nürnberg-Park da hinten. Na, bei meinem Luck hätte ich jetzt gerne noch die Nürnberg rausgenommen, aber ich würde sagen, die beiden Königsbergs, die da waren auf jeden Fall mal ein ganz deutlicher Schritt in Richtung Sieg, wenn ich mir das angucke. So, 28 Treffer, 4 Citadel, 75.000 Schaden. Oh, Leander, was machst du da bitte? Leander! Ich würde hier gerne mal eine Hupentaste haben. Geht euch das auch so? Manchmal würde ich ganz gerne hupen. So ein richtiges Nebel. Achtung, König kommt raus. 5,7. Ja, ist für mich hinterm Berg. 6.000? Ah, die ist aber auch scheiße gepanzert, die Königsberg immer. Citadel ist immer super schwierig. Die Königsberg? Ach, die König. Entschuldigung. Hau sie weg! Ich habe noch neun Sekunden, dann kann ich die nächste Salve abschmeißen. Ich bin mit nichts öfter geplatzt wie mit meiner Königsberg und meiner Nürnberg. Yes! 6,2. Super! Jetzt geht es dann auf die Nürnberg. Eklare, AP! Manchmal sind die kleinen Runden mit wenig Schaden trotzdem die geileren. Und? Jo, Citadelle. Und Nürnberg fast down. Alter, was läuft denn jetzt hier, ey? Dritte Citadelle aus ganz komischen Winkeln. Nürnberg down. Hervorragend. Jetzt kann ich Telefon da kann ich leider gerade nicht rangehen. Ah, jetzt ist die Mexiko da. So, ey Robert. So. Dann hoch zu D. Ja. Mann, ey. Wenn du mal überlegst, wohin im Gefecht habe ich noch nicht einen Schadenspunkt gemacht und hatte noch ein Viertel oder ein Drittel Energie. Jetzt habe ich mich schon wieder hochgeheilt auf die Hälfte und doch 60.000 Schadenspunkte zusammen gefahren irgendwie. Aber das ist so typisch Ring, ne? Wir fahren hier halt im Kreis rum und der, der schneller mit Maroban ist, der kann hier ganz gut das Spiel gewinnen. So. New Mexico fährt raus, sie fährt weg von uns. Mal gucken, was wir hier irgendwo da kommen jede Menge Mumpeln. Die fliegen über mich rüber. Ich glaube, die Könige hinter uns ist gerade auch... Ich bin wieder spottet. Weiß jetzt nicht von wem. Da hinten. Iron Deak auf 11 Kilometer. Kanonen drehen. Sie war offen. Jetzt sind nicht mehr offen. Jetzt ist die New Mexico auf 10,8. Beschussalarm. Jo, 7.000. Ich muss angewinkelt fahren, weil ich von links und von rechts Feuer, also von der Mexiko und von links Feuer kriege. Einfach mal schräg reinstellen. Dann haben wir... Ich fahre nur halbe Kraft. Ja, ich zieh mit. So, noch mal eine Salve. Ah, immer noch zu weit vorgehalten. Ah, die steht fast. Oh. Wenn die uns jetzt nicht resettet, die steht. Jo, 1.000. Schaut das aus wie 11.000. Ja. Wir müssen weiterfahren. Wir dürfen uns hier nicht aufhalten lassen. Also wir haben gerade, wie ich gerade sehe, jemanden im Trocken-Doc. Wenn er uns auch gerade im Stream zuhört, dann geben wir uns noch eine Minute, bis wir dich runterziehen. Ja, ist hier gerade besonders angespannte Lage, sozusagen. Steht die in New Mexico da? Die steht da und macht gar nichts mehr. Die schießt ja auch nicht mehr. Keine Ahnung. Schon wieder ein Auslogger oder so? Wahrscheinlich. Nur denn, Salve ist raus. So. Ich ignoriere, ihn jetzt und versuche mich, ja, Unterstützer noch kassiert. Er kann jetzt eh nicht auf mich wirken, weil er hinter der Insel ist. Ich versuche schon, es vorzurushen auf B. Kanonen drehen. Wir kriegen von links eine Oma, eine Iron Duke. Auf 11 Kilometer noch eine New Mexico. Alles, die Iron Duke volle Energie. Ja, sechs Siebtel würde ich meinen, die New Mexico. Ich lasse mich aber nicht vom Plan ablenken. also mein Plan ist definitiv zu B zu fahren. Ja, ich folge dir. Na, ich habe die Kanonen dann schon mal, die richten sich aus. Ja, wir wollen mal hoffen, dass die New Mexico abbleibt oder jemand anders sie rausnimmt. Ja, die König wird das sicherlich machen. Guck mal, die leeren da und die König fahren hoch, die fahren um die Wette. Ich schieße jetzt einfach mal drauf, mal grob in die Richtung vorgehalten. Ach, die Glöbel, die gehen daneben, oder? Ja, zu kurz. Ich schieße auf die New Mexico. Zwischen den Inseln durch, mal gucken, ob es trifft. Hm. Habe ich auch gerade gehofft. Also ich bin schon bei über 100.000 die Runde. Ne, ich noch nicht. Ich schieße jetzt auch nochmal drauf. Oh, jetzt bin ich drüber. Was soll denn das? Jetzt bin ich zu kurz. Da habe ich aber getroffen. Ah, Gefecht ist durch. Super. Super, super. Super. dann wollen wir mal hören, wer da zu uns gekommen ist. Guten Abend. Abend. Hallo. Sag uns mal, sag uns mal kurz deinen Namen, bitte. Rainer. Rainer, hallo Rainer. Jawohl. Du willst mit uns die eine oder andere Runde fahren. Jawohl, so sieht es aus. Top, das Spiel schon etwas länger, aber immer nur, ja, so nebenbei. Hast du ein sechster Schiff? Jawohl. Ich habe momentan die Bismarck und die Neisenau. Neisenau. Das wäre jetzt ein 8er und ein 7er Schiff. Jawohl, genau. Mensch, sind gerade... Wir brüchten jetzt, wir brüchten jetzt sowas wie die Bayern oder die Fuso. Super, dann, dann bitte die Bayern auswählen oder was du gerade fahren möchtest auf der Stufe. So, ingame hattest du geschrieben, bist du der Steppenwolf. Eng? Nein? Okay, dann war es doch noch jemand anders. War jemand anderes vor mir? Sascha, ich habe dich mal als Kommandant bestimmt. Ja. Na, du einladen kannst. Bin. Ingame. Coela. Jawohl. Wie? Coela. 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 So, wir gucken wir mal. 26.850. Ich überlege ja noch, ob ich mir die 5.000 PS, die 5.000, 80.000 PS Motorleistung noch gönne. So, Einladung ist raus. Jawohl. Ja, sehr cool. Ich habe einen Kapitänssprung gemacht. Ich bin jetzt, ich habe einen 14er Kapitän auf der Queen, auf der Queen, Elizabeth. Elizabeth. So, was können wir hier noch machen? Turmdrehzeit haben wir schon, wir haben Adrenalinrausch geskillt, wir haben hier Inspekteur schon drin, damit wir den Superheal nachher nutzen können, ab dem nächsten Schiff. Den Tarnungsmeister haben wir drin. Naja. Da seid ihr schon weit. Naja, also, wir könnten auch T10 fahren, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Es soll hier eine Folge von British Battleship Diary sein, von daher fahren wir ausschließlich britische Schlachtschiffe, also meine Wenigkeit fährt ausschließlich britische Schlachtschiffe. Und ja, ich suche mir jetzt gleich wieder eine Lackierung aus und dann können wir gemeinsam in See stechen. Dann nehmen wir noch mal die blaue Lagune. Zack, zack, zack. So. So, dann haben wir das nämlich zusammen. einmal Coela und Captain Scharenhorst. Du müsstest noch dich da einmal aussuchen. TeamSpeak-Daten weiter. Also, der Channel war ccrowds.teamspeak.de Ja, ziemlich sicher. Ich gucke gerade selber nochmal nach. Ich kann es mir leider nicht aufgeschrieben, ihr hättet es jetzt machen können. Ein bisschen schlechter vorbereitet, tut mir leid. Unser Adress ist ccrowds.teamspeak.de und das Passwort war? Bismarck. So wie der Kanzler, den wir mal hatten, so ungefähr. Nur der Nachname. Großes B und der Rest, so wie man es schon kennt, mit CK. sind wir schwer zu finden? Ja, über YouTube, das Passwort und TS-Angaben sind es schwer zu finden. Ja, ist ein bisschen weit unten, gebe ich dir recht. Werde ich demnächst dann für den nächsten Livestream, also heute Abend um 20 Uhr nochmal überarbeiten dann. Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon mal gesehen, hatte das eigentlich schon mal überarbeitet, hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass das irgendwie schon wieder runtergerutscht ist. Aber gut. Im Livestream kannst du das doch gleich mit einfügen, dass das gleich unterlegt ist. Ja, genau. Ich muss das nachher in Ruhe noch einmal machen, wenn man den Livestream vorbereitet. Also, ich wäre schon soweit. So, Euren, Queen Elizabeth, dann nehme ich doch wieder die Arizona. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich glaube, der hat vorhin meinen Klick nicht genommen. Deswegen ist es beim Livestream auch nicht so einfach zu finden. irgendwie war irgendwie, habe ich gerade gesehen, dass der Livestream bei YouTube gar nicht gar nicht zu sehen war. Hm. Na gut. Was soll's? Dann ist das jetzt eben so. Kann man leider nicht ändern. Jetzt sind die zwei Stunden Livestream quasi so gut wie durch. Muss ich dann separat nochmal hochladen. werde ich dann auch tun, sodass wir da auf jeden Fall eine lückenlose Dokumentation bei YouTube haben. Ihr seid alle da, wir können. Sascha, kannst reindrücken. Alles klar. Also wir werden jetzt gleich dieses Gefecht noch machen und dann maximal noch ein weiteres und dann würde ich den Livestream für jetzt erstmal beenden. Für alle, die jetzt nicht mit uns mitfahren konnten, wir haben halt begrenzte Zeit, sage ich es einfach mal, heute Abend um 20 Uhr ist der nächste Livestream, der dann auch bei YouTube definitiv zu sehen sein soll. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht mitlief. Ich habe eigentlich vorhin geklickt und dachte eigentlich, ich hätte es aktiviert. Tut mir leid, dass es jetzt so doof gelaufen ist. Genau. Hast du einmal gepostet? Ja, super. Da haben wir noch den nächsten Anwärter im Trockenblock. Hervorragend. Ja, wie gesagt, es wird definitiv so sein, dass wir heute Abend ab 20 Uhr wieder fahren und ja, dann würden wir den nächsten mitnehmen. Wir würden dann auch nur zu zweit sein, so dass wir nachher dann die Chance haben, auf jeden Fall jeder jemanden mit einzuladen. Wollen wir den anderen auch? Ich ziehe ihn nochmal eben runter. Ja, zieh ihn mal mit runter, ruhig. Mahlzeit. Wie dürfen wir dich denn oder rufen? Wie bitte? Kam Akustisch leider bei mir nicht an? Wie, der will? Du kannst Frank sein, du kannst Steppenwolf sein. Ja, Frank. Hallo Frank. Steppenwolf passt auch. So, wie ist denn euer Plan? B, C? Ich würde jetzt einfach sagen, dadurch, dass wir jetzt so mittig stehen, ich würde einfach mal wieder B fahren, auch wenn die Seite eigentlich nicht immer meine stärkere Seite ist, aber fahren wir einmal nach B runter. Ich hatte das eben schon einmal zu unseren Zuschauern gesagt, es ist leider so, dass wir halt jetzt den Stream, der sollte bis 17 Uhr gehen, er wird jetzt definitiv ein bisschen länger gehen. Wir werden dieses Gefecht und danach noch ein weiteres Gefecht fahren und entweder tauscht ihr dann schon untereinander einmal durch sozusagen, aber allen anderen, die wir jetzt nicht berücksichtigen konnten, mit uns hier gemeinsam zu fahren, tut mir leid, wie gesagt, ab 20 Uhr machen wir die 14. Folge des Diaries, da hättet ihr dann wieder eine neue Chance, euch zu melden, wenn ihr denn mitfahren wollt. Wichtig dann ist auch wieder bitte ein 6. Schlachtschiff oder eine 6. Tierstufe, egal ob Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff, Flugzeugträger, nehmen wir alles und das muss halt genau die Tierstufe matchen, die ich hier fahre. Also ich denke mal, jetzt die Runde drehen wir ja gerade mit Köhler und dann in der nächsten Runde können wir Steppenwolf noch einmal mitnehmen. Ja, okay. Gut Sascha, dass du das so gut organisierst. Meine linke Hand, die rechte Hand, so rum. Hervorragend. Also wie gesagt, einfach merken, 20 Uhr geht's wieder weiter. Vielleicht eine Minute nach 20 Uhr, aber normalerweise 20 Uhr ist unser Termin, den halten wir in der Regel auch. Ich weiß nicht, warum, ärgert mich gerade ein bisschen, dass das bei YouTube immer noch nicht, dass das nicht geklappt hat, dass der Livestream gleich von Beginn an da lief. das tut mir jetzt auch leid, aber ja. Naja, gut, kann man nicht ändern. Dass wir bei Twitch online sind, wird mir auch erst seit 16.56 Uhr angezeigt. Ja, genau, das läuft halt alles über den Restreamer und deswegen war das vorher nicht zu sehen und dann ist ja auch klar, dass ihr euch schwer tut, uns zu finden, weil wenn wir keinen Livestream online haben, ist das natürlich klar. Naja, ärgert mich, kann man jetzt nicht ändern. Ich werde versuchen, nachher das Video, was wir jetzt hier gedreht haben, hochzuladen. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass er das aufgezeichnet hat. Wenn nicht, ja, ist das halt eine Folge zu wenig bei YouTube. Was sollt. Man kann nicht. Mal gewinnt man, ne, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Oder wie das war. Oder wie ich immer sage, mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Ah, das kannst du ja hier total vergessen. Ich hau hier ab. Ganz ehrlich, ich bin hier vordere Spitze. So viel Facebook-Kommentare gelesen gerade hier. Was kommt denn alles? Kirov, Spee, Elisabeth und Bayern. Ja. Naja, aber die Elisabeth, die fährt da gerade so schön langsam. Die schreit ja förmlich. Ja, in der Runde zuvor hatten wir ja gesehen. Man kann dann immer noch ne Menge ne Menge machen, selbst wenn man dann äh, relativ früh schon wenig Energie hat. Die Kirov da, die schreit nach Schaden. Dreht jetzt aber. So, Kirov. Und? Was? Knapp davor, ganz knapp davor. Oh! Ey, in dem letzten Gefecht mache ich Zitadelle über Zitadelle und jetzt ne Breitseite Kirov treffe ich nicht. Nein! Ja, manchmal ist das so, ne? Ah! Ich hab sogar höher gezielt, ne? Also ich hatte nicht Wasserlinie gezielt, ich hab höher gezielt. zwei Schuss sind glaube ich drüber gegangen und der gesamte Rest ist davor gelandet. Also das war jetzt einfach Pech. Hallo Dragon! Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Jetzt hab ich sie aber hinten getroffen. Sechs, sieben. So, nächste ist die Cleveland. Und die Gneiser noch schießt auch auf uns. Links und rechts. komm, schenkt mir noch einen ein. Einer geht noch, einer geht noch rein. Das hat, ich bin jetzt schon ein schmales Profil zur Gneisenau gefahren und die hat trotzdem richtig... Guck doch mal die Queen Elizabeth im Gegnerteam, zu welchem Clan die gehört. Team Grado! Omid 86, willkommen. Du bist jetzt mal beim Seekorts Livestream dabei. So sehr wir euch auch mögen, vor Beschuss bist ihr deswegen trotzdem nicht sicher. Nö, der hat schon... Ich hab ihn schon gerade irgendwie mal 5000 oder was, das waren gerade mal verpasst, so als Warnschuss. Ja, Dragon. Ja, schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Dragon ist so jemand, der schon oft, uns schon lange verfolgt und zuschaut und auch schon mit uns mitgefahren ist hier in verschiedenen Gefechten. Auch, was wir zum Beispiel als Seekorts auch immer wieder regelmäßig machen, ist, dass wir unsere PVE-Gefechte übertragen, also alles, was dann hier Operation Killer Whale und Co. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was mitbekommen habt. bei YouTube sind diese Videos alle abrufbar. Da haben wir quasi immer diese Mission uns auferlegt, fünf Sterne zu machen und da haben wir dann abends immer mit sieben Leuten so lange zusammen, waren wir immer so lange zusammen unterwegs, bis wir diese fünf Sterne einmal gemacht haben. Hat bis jetzt immer gut geklappt. Wir hatten auch da immer wieder ein paar Gastfahrer dabei. also da gibt es dann sicherlich, am Anfang ist das natürlich das Ziel als Clan da zu schaffen, ohne Frage. Im Verlauf des Abends ist es dann aber oft so, dass halt noch weitere Gäste dazukommen und mit uns zusammen gefahren sind. Da gab es doch wirklich auch schon ein paar coole Sachen. So, Bayern und Elisabeth haben die Salve raus. Ich versuche jetzt mal hier wegzudrehen. So, da kommt eine Graf Spee auf 14 Kilometer. So, wie sieht es aus? Coela, fährst du mit zurück? Weil sonst bist du, du bist da so Single-Target, so ein bisschen, so ein bisschen außen. Ich versuche, ich versuche dich mit zurückzuholen. Ich gebe dir ein bisschen Feuerdeckung, Feuerschutz. Nutz die Chance und dreh und dann Sascha, du schießt auf die Queen, ne? Ja, ich bin auf der Queen. Okay. In der Hoffnung, er lässt die Bayern dann ein bisschen in Ruhe. Ja, er schießt auf mich. War schön, schmales Profil zum Gegner, bitte. Ja. Also, ich fahre gerade von allem weg. Ich habe jetzt auch mit auf die Queen geschossen. Aber da kommt auch ziemlich viel. Ja, super. Genau so, Koela. Das ist perfekt. Ich denke, natürlich kann er dich immer noch treffen. 2200, aber ich glaube, das passt. So, die Queen fährt breitseite. Ihr könnt gerne bei Facebook einmal schreiben, ob ihr gerne nochmal eine Nelson-Runde sehen wollt. Dann würden wir als Abschluss eine Nelson-Runde machen, wenn ihr möchtet. Schreibt einfach, was er denkt. Da unten rein. Das würden wir dann versuchen zu berücksichtigen. Dann müsste sich nur unser nächster Gastfahrer halten mit einem Tier. Tier 7 hörtest du auch, richtig? Steppenwolf? Super. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann schreibt es einfach rein. Wenn ihr nichts schreibt, dann fahren wir einfach ganz normal nochmal eine Queen-Runde. Ich bin zu lange breitseite gefahren, ist mir schon klar. Oh, 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 oh. Die Gneiser noch wartet da ja nur darauf, dass ich ihr breitseite zeige. Ich muss hier unbedingt erst mal die Graf Spee wartet auch darauf. Sascha, kannst du mich unterstützen? Ja, ich ziehe rum, dreh auf die Türme jetzt. Dauert allerdings noch ein bisschen. Die Graf Spee, ach, hier, da kommt noch eine Mutsuki. Ich bleib stehen, ich bleib stehen. Noch eine, noch mal. Glaubst du kommen da schon? Ja, das läuft und läuft und läuft. Oh, da kommen zwei Mutsukis. Ja, ja. Danach kommt noch eine Graf Spee. Komm, fahr jetzt. Ich will die Graf Spee wegplötten. So, komm, 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 komm. Yes! Drittel Zitadelle vernichtender Schlag. Ich habe ja Glück, dass ich nicht geschossen habe. Ja, die Spee, die freut sich. Ja. Na ja, ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, Leute, da habt ihr gesehen, wie man eine Graf Spee überhaupt nicht fahren sollte. Definitiv meine ich. Also, da kommt ein Schlachtschiff, er hat mich die ganze Zeit gesehen, ich habe ihn die ganze Zeit gesehen und er fährt einfach weiter Breitseite. Das ist definitiv ein Riesenfehler. Es ist kein Schlachtschiff, es ist ein Kreuzer. Immer noch. Aber ich kassiere richtig gerade. Egal, was ich jetzt mache, ich habe ein, ich kriege ein Problem. Ich brenne doppelt, ich repariere mich jetzt einmal, weil sonst habe ich gar keine HP mehr, die man noch irgendwie... Ich bin erstmal wieder zugedeckt, gehe jetzt aber gleich wieder auf. Ach, da kommt mal, guck mal, was da kommt. Die Mutsuki. Yes! Oh, und raus. Mutsuki down. Eher mal die Cleveland jetzt hier hinter uns beschießen, die kommt auch rum. Ich brauche... Ach, da kommen die Topps. Ich habe mich rechtzeitig weggelenkt, oder? Komm, 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 komm. Und... Yes! Ich komme da noch durch. Oh, ich glaube, einen nehme ich mit, oder? Na, nicht unbedingt. Ja, und nochmal 13.000 auf die Gneise, now. Ui, 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 ui. Reparaturmannschaft, Reparaturmannschaft. Rennt, ihr Briten, rennt, ihr Briten. Tea-Time ist vorbei. Alter Schalter, der den Topps noch ausweichen konnte, das war jetzt wirklich... Naja, Doppelbrand, in 23 Sekunden kann ich erst wieder löschen. Da kommen nochmal Topps. Oh, ich habe die Knievler noch mitgenommen, aber... Oh, ich habe auf die Gneise, now nochmal geschossen. Doppeltorpedo gefressen. Ja, Gneise, now down, gewonnen. Und... Geil, nicht versenkt worden. Obwohl, ich... Wäre durchaus knapp geworden jetzt zum Schluss. Ui, 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 ui. Nette Runde. Vernichtender Schlag, Dreadnought und Feuerfest. Und das, obwohl ich kein HE geschossen habe. Nee, Feuerfest ist ja nicht... Ist ja passiv, sozusagen. Erhalten Sie Schaden durch Brände, der 40% Ihrer Ausgangs-TP Ihres Schiffes übersteigt und erleben Sie das Gefecht. Done. Done. Drei zerstört, drei Zitadellen, 77,5. Damage. Platz 1, Platz 2. Hervorragend. Corella, du bist so ein bisschen abgeschlagen, hast aber auch einen mit rausgenommen und was hast du kassiert? Dreadnought. Na, herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, war knapp. Ja. Da blitzert mir halt die, äh... Naja, wieder eine erfolgreiche Runde. Super, also 32,9 auf der Graf Spee. Sehr geil. Ja, 264.000 Silber mitgenommen. Blaue Lagune, gut, klar. Die gibt natürlich richtig Geld. Nee, gar nicht wahr. Die gibt gar nicht richtig Geld. Doch, Blaue Lagune gibt 10% mehr und dann nochmal Sulu 20% mehr Kohle. Na, sehr schön. So muss das sein. Sehr gut. So, würdet ihr jetzt einmal durchtauschen und wir hatten jetzt hier keine Wortmeldung, oder? Habe ich das irgendwie versehen? Sonst habe ich bis jetzt auch keine gesehen. Ich habe aber auch in den Chat unter dem Facebook-Video die TS-Daten geschrieben. Na, das habe ich gesehen. Das ist der letzte bei mir, den ich sehe. Ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt noch innerhalb der nächsten Minute einmal äußern, was ihr gerne sehen möchtet. Die Queen Elizabeth nochmal oder wollt ihr die Nelson sehen? Das könnt ihr gerne nochmal schreiben. Wenn ihr nichts sagt, dann machen wir ein Tier 6-Gefecht raus. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier nochmal die Brandwahrscheinlichkeit. 36%. Okay, so niedrig ist sie dann auch wieder nicht. Wenn ich jetzt hier die Flagge aufhole, die Flagge ist mir fast 17. Naja. So, ich sehe keinen Kommentar. Okay, dann fahren wir einfach Queen Elizabeth weiter. So, ich suche mir hier nochmal die blaue Lagune raus. So, 31.000 haben wir zusammen von 80.000. Jetzt müsstest du dann Steppenwolf noch einladen. Ja, im Moment, ich suche ihn gerade. Ach so, okay. So, also. So, ich nutze trotzdem schon mal die Chance. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank oder wir sagen super vielen herzlichen Dank für Zuschauen, für die ganzen Kommentare, die ihr bis jetzt dagelassen habt. Für das Interagieren miteinander, das Fahren miteinander. Ich hoffe, dass ihr nachher um 20 Uhr wieder dabei sein wollt, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr Spaß hattet und es euch Spaß gemacht hat. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht, wie jede Fahrt in der letzten Zeit. Wir hatten jetzt auch schon ganz andere Fahrten, wo wir uns auch thematisch noch mit World of Warships auseinandergesetzt haben. Irgendwelche Themen, die da gerade kamen mit Tiefwasser, Torpedos und so weiter. Ich kann euch ganz herzlich dazu nochmal einladen, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert Twitch, abonniert Facebook. Auf Facebook gibt es die Veranstaltungen immer im Voraus zu sehen. Also zumindest sage ich immer eine Stunde vorher Bescheid, in der Regel sogar noch länger. Und ja, so könnt ihr uns weiter verfolgen. Wir werden auch weiterhin hier andere Thematiken übertragen, also in der Zukunft. Jetzt ist erstmal das British Diary so ein bisschen das Top-Thema natürlich. Wir werden auf unserem YouTube-Kanal oder veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal auch immer Previews, für die nächsten Patchs. Irgendwelche anderen Previews sind in Planung, also für neue Schiffe eventuell und so eine Sachen. Ist aber aktuell noch nicht so der Fall. Wir sind alle berufstätig, von daher machen wir das als Hobby nebenbei. Und ab und zu veröffentlichen wir auch mal ein Replay. Also von netten Replays, die uns eingesendet werden, solltet ihr mal ein super geiles Replay haben, was wir uns eurer Meinung nach angucken sollten, dann einfach cclouds at gmail.com, also alles zusammengeschrieben at gmail.com, schickt uns das Replay rüber, schreibt ein paar Kommentare dazu. Wir brauchen die Replay-Datei, alle vier Screens, Endscreens und den Screen von Captain Skill und die Module vom Schiff fotografieren. Also sind es sechs Fotos und die Replay-Datei. Wenn ihr die schickt, dann seid ihr in der Auswahl und dann werden wir euch gegebenenfalls berücksichtigen, je nachdem, was wir an Zusendungen haben. Sollt ein spannendes Spiel sein, es muss nicht immer gleich 100.000 oder mehr Schaden sein. Wichtig ist, teamdienlich irgendwo, was extrem interessant ist, was ihr den Leuten draußen zeigen wollt. Und dann habt ihr eine Chance, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht zu werden. So, jetzt habe ich genug erzählt, erstmal. Ein Gefecht gibt es noch, wie versprochen. Und wir haben jetzt hier schon alles klar. Ich bin der Einzige, der jetzt noch fehlt. Dann schmeiß mal ran, den Ofen hier. So, hat gleich ein Gefecht gefunden, hervorragend. Aber bis jetzt haben wir echt, echt super coole Gefechte gehabt in den meisten Fällen, ne, heute. Meine Fresse. Also, ich muss gleich mal gucken, wie oft ich jetzt verloren oder gewonnen habe, aber das ist schon, man könnte schon sagen, ein richtiger Lauf. Ja, Musikrate heute ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man sich mit der Queen, also, dass ich mich persönlich, also, nicht nur daran, aber vielleicht ein Teil davon, wir haben mich mit der Queen so richtig schön eingespielt. Inzwischen komme ich mit ihr ganz gut klar und kann auch so ein bisschen einschätzen, wie viel Schaden sie vertragen kann. Und, ja, das ist vielleicht ein Punkt, der mir jetzt so ein bisschen auch entgegenkommt halt. Ach, guck mal. Vater, sogar Schwesterschiffe, der Steppenwolf und du. Ja, Warspite und Dings. Dann lass uns mal schön kuscheln. Machen wir nochmal denselben Weg? Obwohl, er fragt All zu C. Ne, All C, All No. Ja, gut, er steht da so weit drüben abgeschlagen. Ja, wir stehen in der Mitte. Wenn, dann müsste die Bismarck, Orlins und Kagero hier bleiben. Fokus und B schreibe ich. Ja, ja, mach du. Ja, dann fahren wir einfach runter, da, wo wir jetzt eben auch gemacht haben. Die gleiche Karte, von daher. unsere Bismarck war's. Wie schnell fährst du mit deiner Warspite? Ach, du, weiß ich gerade, ich hab noch gar nicht ausprobiert, weil ich eigentlich nur Zerstörer fahre, normalerweise. Okay. Wenn ich als Schlagschiff gefahren habe, dann denke ich, ich nehme auch mal eins. Okay, dann bin ich auch mal gespannt. Z23. 17 Kilometer, ist ja ewig weit. Brauche ich noch nicht hinzuschießen, dass meine Mumpeln da sind, ist er wieder weg. Ja, der ist schon fast tot. Ui. Ja, komm. Dann haben sie schon mal einen Zerstörer von den vier weniger. Das wäre ja hervorragend, wenn er... Verdammt, ich wollte jetzt einfach aus, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er stirbt, einfach nochmal mit raufschießen, aber jetzt ist er schon wieder weg gewesen. Jetzt, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wir haben selber noch kaum Schaden kassiert hier als Team. Hervorragend. So, das Team Rot zieht anscheinend komplett um C rum. Ich habe sie mal gewarnt, dass sie... Ja, ist doch klar, was ich mit C-Team meine, oder nicht? Das C-Team ist doch ganz klar. Die Leute, die da oben bei C sind, mit C-Team meine ich nicht die Akazuki, die unten bei B ist. So. So, da haben wir jetzt eine Bayern, eine Tierpilz und noch eine Bayern auf dem Weg hierher. Das ist dann nochmal was von uns. Irgendwann müssen wir ja auch mal puttern. Gleich gut, da oben. So. Nein! Ah, die hinteren Geschütze sind auch durchgekommen. Sehr schön. Hast du auch gerade hier durch die Lücke im Fels geschossen? Ja, genau. Vier Mumpel sind hängen geblieben und vier sind durchgegangen. Ach, aber alles links und rechts daneben wieder. Ja, eine Mumpel hat eingeschlagen. Aber keinen Schaden gemacht. Abgeprallt. So, jetzt geht's los. Tierpilz. So, 15 Kilometer. Ich hab 5 Grad vorgehalten im Dynamischen. Auf die Tierpilz? Ja, und die treffen ziemlich mittig. Ticken, mach mal 5,5 Grad. 11.000 auf der Tierpilz gemacht gerade. Meine scheinen ein bisschen länger zu fliegen, oder was? Das kannst du natürlich haben. Alles abgeprallt. Breitseite. Na gut, was hab ich hier? 356 Millimeter, ne? Irgendwie sowas. Mein Kap 380. Oder? War ne 353? 381, Nee, die hat 381, glaub ich sogar. Uiuiui. Zum Glück guckst du die, kannst du die technischen Daten so gut merken. Ich guck sie zwar nach, aber kann sie mir nie merken. So gut wie nie. Sagen wir so. So, Tierpilz repariert sich. Ja, du mit der Steppenwolf, du schießt, du schießt HE, ne? Schön. Nee, ich meine Steppenwolf. Ah, ja, ich schießt HE. Sehr, sehr angenehm. Dann können wir hier nämlich weiter AP, HE Mischung machen. Jo, nochmal 11,5. Alter Schalter, die Tierpilz, die ist aber, glaube ich, ordentlich am kotzen jetzt gerade. Wurst bei Tier 6 gegen Tier 8, 11,5, 11,5, du 10. Boah, ich dreh mal wei. sollten wir, sollten wir nicht weiter Preiseite fahren, da kommen ja noch zwei Schlagschiffe. Wir manövrieren uns aber auch gerade so ein bisschen raus aus dem Gefecht hier. Tierpilz haut ab. So, ich dreh ab, komplett, ich dreh den Arsch nur noch zu denen. Ja, ich dreh schon mal langsam so ein bisschen in Richtung B. Jo, 3,7 auf der Bayer nochmal gemacht. Da ist eine Akatsuki auf 11 Kilometer. Halt mal 10, 11, vor. auf die Bayer nochmal. Auf die Bayer nochmal. nehmt Coela raus, nehmt Coela raus, dann hat er nichts mehr zu spionieren hier. Das seh ich jetzt gerade erst. Ach, du hast eh Flutung wahrscheinlich. Oder, ja, okay. Das ist ja eine clevere Ausnutzung. Ohne, da ich das, das seh ich jetzt erst. mei. Darum ist hier die ganze Zeit so mucksmäuschen still hier. Also Sascha, wir haben schon gerade gelernt. Wir müssen dringend, äh, äh, wenn derjenige nicht mehr mitfährt, muss er erstmal in den Trockendock-Kanal zurückgeschoben werden. Genau. Also, durch den, durch den Livestream hast du da keinen Vorteil, weil wir einen Zeitversatz im Livestream haben. Keineswegs. Na, das nicht, aber im Team Speak hat er es live auf dem Ohr. Ja, dat ist wahr. Hat mir aber auch ein Ziel genutzt. Ja, da hast du wahr. Da hast du recht. So, und nochmal 6.000 auf der Bayern. Also ich würde mal sagen, den Angriff von der, von der, von den Schlachtschiffen haben wir hier abgewehrt. Ja. Und wir haben selber fast keine Energie verloren, doch Steppenwolf ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Dass ihr viel Sicht hattet. Ja, wir hatten viel Sicht, weil wir Zerstörer hatten. Ja. Aber ihr hattet auch einen Zerstörer, die Akazuki. Ich nehm, fahrt raus, fahr weiter Steppenwolf. Also, von der Sache her, die Sicht war definitiv da. Ja, aber zu spät. Eure war viel schneller. Na gut, die Queen ist ja erst bei, jetzt, zwölfeinhalb Kilometer oder sowas, sichtbar bei mir. Ja, verstanden. Die Akazuki da hinten möchte Unterstützung haben, die kriegt sie. Oh, Sascha, du bist ja schon noch an einem ganz anderen Ende der Karte, zwölf Kilometer von mir weg. Ja, ich versuch gerade so ein bisschen. Hallo Arturo, willkommen. Nice to see you. Ach, jemanden aus der European Group. Ja, yes. Oh, jetzt stehe ich hier breitseite zu einer Töpfel. Das kann ganz böse enden. Das kann ganz böse enden für dich. Schnell weg. Ich habe die Akazuki sogar getroffen, auf 13 Kilometer. Ich kann lade jetzt HE-Granaten. Aber wenn das so, ah, die laufen geradeaus, okay. Autsch. War noch sehr ausgeglichen, die Runde. Na ja, ein paar mehr, 50 Punkte mehr haben wir. Die Akazuki müsste raus. Eine Breitseite Fuso da hinten. Ach, der ist schon weg. Schön. Mach wieder das, was ich am besten kann. Stumpf auf eine Insel draufzufahren. Jeder muss halt seine Skills haben, ne? Irgendwann beschwert sich Wargaming bei mir, weil ich ständig Inseln durch die Gegend schaue. Genau, die müssen dann, wenn sie einen neuen Patch bringen, müssen sie immer Sand aufschütten. Das war Sascha, das war der Andi. Ich bin ja auch so so ein taktischer Beecher, um es mal so zu nennen. Inseldrücker. So, ich glaube, ich habe hier gleich ein Problem mit einer Akazuki. Die ist zwar so gut wie tot, aber sie kann, Arturo fragt, was du denkst, was für die britischen BBs? Okay, wie kann ich das in Englisch sagen? Ich bin nicht sicher. Okay, Tier 3 up to Tier 6 ist, um, und es ist ziemlich interessant. Du kannst ihn als Dreadnought basically they make a lot of fun I think so what's a special thing is that the queen elizabeth has a lower chance to fire up an enemy on he shells but the iron duke is a great vessel but not so safe for torps if you get a top you lose most energy the next BBs I will see how they will are not the best English from my side but should be ok you should understand what I mean the Akazuki here so Salva auf die Bayern ist raus ja bei mir auch HE Salva die brems glaube ich 6 7 7 8 jawohl wieder 75.000 also ich mache runden mit der Arturo I think they are if you play the vessels right they should be really interesting I think they are really funny and I saw some replays from the King George King George V and they are really I think I will enjoy this vessel and the queen elizabeth is the same like a war spite from my point of view naja haben fast schon mal gewonnen Spiel ist so gut wie durch ja punktemäßig ist es gleich vorbei hoffe dass ich hier nochmal was rausholen kann bevor die Tierpitz hat ordentlich Speed drauf I love the HP shells on the queen elizabeth they are quite good this fight if you if you rewind the battle a bit you see how we damage the Tierpitz 11.000 two times I think they are great really playable really playable I use the HP shells on the queen elizabeth mostly because the HE shells are less on on the chance to burn the enemy here you see Tierpitz 26.000 two tier level higher than my one so on queen elizabeth they are great and the other vessels maybe not so intense but but also okay 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 das soll es jetzt erstmal gewesen sein wir haben jetzt 17.31 ziemlich eine Punktlandung ein bisschen überzogen aber jetzt 17.30 das hatten wir so mehr oder weniger jetzt im Stream dann angekündigt möchte nochmal sagen vielen vielen herzlichen Dank thank you very much for watching us danke für das Zusehen ich hoffe euch gefällt es heute Abend um 20 Uhr kommt der zweite Teil und dann machen wir auch den nächsten Container erst auf ich werde den Container jetzt versuchen so lange wie möglich zuzulassen und ja dann machen wir weiter mit der Queen elizabeth auf der Tierstufe 6 wir haben jetzt 33.500 Erfahrungspunkte wird sicherlich nicht reichen um heute King George King George freizuschalten das wird dann aber wahrscheinlich in dem nächsten oder übernächsten Stream aller spätesten sein je nachdem wie lange die dauern wie gesagt ganz ganz herzlichen Dank für die ganzen Interaktionen mit euch das was ihr geschrieben habt für zusammenfahren auch an Steppenwolf und an ich habe gerade kein gutes Namensgedächtnis Koela Koela Reiner vielen Dank für zusammenfahren hat Spaß gemacht können wir gerne mal wiederholen irgendwann später mal wie gesagt wir laden euch herzlich ein seid um 20 Uhr wieder online und dann fahren wir gemeinsam die nächste Folge Staffel die Episode 14 von der Staffel unserer britischen Schlachtschiffe hier bis zum nächsten Mal ciao euer Secrets Team und alle Gastfahrer danke ciao danke